sein ja wenn du wenn du zu dieser person sowieso erst mal gar keinen bezug hast und auch im allgemeinen auch untereinander so als homies und so klar es gibt es gibt halt welche die die machen das ja das ist aber die ihre sache aber wenn man diese person ja nicht kennt dann einfach dieses n wort benutzen ja das fände ich auch nicht stark also ganz klar da draußen ich denke mal du hast das auch gerade du hast das mit der unterlass das bitte weil dieses wort ist absolut nicht cool die menschen fühlen sich dadurch angegriffen man man will ja auch nicht dass man zu euch irgendwie ölau gesagt oder oder kamel treiber oder was auch immer es ist einfach so tatsache ja das ist ja oder das lustige an der ganzen sache ist nach so einer krassen sagen wir mal da muss ich das ans tageslicht bringen so warum wir haben die sätze zusammen gelesen angeblich wurde ein prophet sagen wir mal prophezeit aber was ich gelesen habe was anderes wer ist ja er hat eiskalt gesagt gott dann habe ich ihn noch mal gefragt wer ist ja er wollte den namen jesus nicht erwähnen und jeder weiß der im glaube ist yahweh ist jesus so ganz alleine mit diesen einzigen satz hat er sich komplett ausgelockt aber versucht im namen versucht weiterhin reinzukramen und 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 noch weitere sachen rauszuholen kollege wenn die das anfang von der prophezeiung nicht mal auf diese person bezogen ist warum willst du noch weiter darum kramen du lügner du das ist so traurig da kann ich nicht mehr noch zwei bleiben oder das sagt man ja ich muss wissen von wem du redest du redest du redest ich weiß nicht von wem okay ich spreche das jetzt mal ganz klar aus schwitzkasten achi schwitzkasten ich sag das clip und klar wie es ist ach der war gestern auch wieder bei euch live ja der war ja hier ja und ich finde das traurig ich muss ich muss jetzt den seinen namen nennen weil dann ist mir noch zu ohren gekommen ja dass er noch was gesagt hat noch hinterher warum leute jetzt über was ist gestern passiert wir haben gestern gemerkt wie unruhig diese person hier oben wurde ja als aram rein kam oh mein gott sehr unruhig da war er nicht mehr so so da hat man sofort gemerkt dass diese person unruhig wird so was haben wir daraus gelernt dass wir so solche menschen diese plattform hier drinnen bei uns nicht mehr ergeben diese person ist in meinem stream für immer und ewig gebannt der wird nie wieder hier hochkommen und mit uns eine diskussion führen warum er ist ein lügner und wir wir sind im glaube das heißt also wir wollen keine bei uns hier oben haben hätte er zugestimmt jahre ist jesus denn hätte ich gesagt okay dieser muslimischer bruder ist wenigstens ehrlich er hat ausgesprochen okay gut aber uns verrecken wollte er das wort nicht sagen und daran habe ich erkannt dass er ein lügner ist Leute meine damen und herren er hat sich wie gesagt diese person biete ich diese plattform nicht mehr ein lügner bis zum geht nicht mehr und das geht nicht lügen sind hier nicht erlaubt ich werde diese person nie wieder leute merkt euch das sehr gut er ist in diesem stream nicht mehr willkommen warum er hat gelogen und das ist nicht gut wenn ich den islam kennenlernen möchte und du kommst hier hoch und lügst schon in den heiligen schriften ja die habe ich hier hier vor mir und du lügst noch ja dann hast du verloren und ich bin ja selber also ich bin ja als host lehne ich mich ja komplett zurück und höre zu so ich lese mit ich lese in der bibel mit und erfahre dass er eiskalt noch lügt warum ich frage ihn wer ist jahwe er konnte mir nicht mal sagen wer jahwe ist er sagt eiskalt gott ok wer ist jahwe we all know jeder der im glaube ist weiß jahwe ist jesus so das ist krass das ist krass leute leute alle armen zeiten zeit mal bitte alle armen live gekommen hast gesagt was du sagen wolltest jetzt kannst du wieder genial erreicht das ist total man muss die lügen aufdecken das ist echt krass hätte er wenigstens wäre er wenigstens ehrlich und hätte gesagt hey ja du hast recht jahwe ist jesus ich hätte sofort gesagt okay gut der bruder ist ehrlich ich hätte sofort gesagt der bruder ist ehrlich das ist gar kein problem aber aufgrund dieser ekelhaften lüge die er hier und ich war ich war sehr lange ruhig ich habe nichts gesagt ich habe mir gedacht ich habe mir jedes einzelne detail habe ich mir hier aufgeschrieben und habe jede einzelne lüge die er hier gesagt hat habe ich mir aufgeschrieben er hat es nur nicht gemerkt ich bin sehr partei also wie gesagt ich bin sehr neutral aber ich mag keine lügen wenn man jetzt in den schriften versucht irgendwas raus zu zitieren ja zum beispiel haben wir unseren bruder tito zum beispiel ja da kommt ja immer gerne im ist ja wie tito ist tito tito kam mit sehr vielen versen hier hoch und wisst ihr was sehr lustig ist leute er hat sich selbst widerlegt keiner von uns hat ihn widerlegt er liest und dann sage ich ja nicht das noch mal hast du das verstanden was da drinne steht und dann war er plötzlich ruhig gehört zu unser ja aber ja aber ja aber wow leute wie kann man etwas lesen und sich gleichzeitig selbst widerlegen man liest etwas und widerlegen das ist unglaublich leute leute kommt nicht hier hoch und debattiert mit unseren brüdern hier ja weil ich bin wie gesagt neutral ich habe den wissen nicht aber wenn ich lese verstehe ich was ich da lese so jetzt müsst ihr euch vorstellen kommt nicht hier hoch wenn ihr wenn ihr nichts habt weil ihr werdet nichts finden Ihr werdet in diesem heiligen buch nichts finden was negativ ist und wenn dann gehen wir tiefgrüniger rein um zu verstehen was damit gemeint ist ladies and gentlemen schade ich dachte ich könnte mich vom islam überzeugen lassen aber ich mag keine lügen ich mag echt keine lügen ich dachte die man könnte mich überzeugen eigentlich das ist sehr leicht wenn du wenn du darauf stehst auf irgendwelche häuser dein geschäft zu verrichten wenn du darauf stehst mit irgendwelchen weiblichen kamelen verkehrt zu haben dann werde ich dich innerhalb von drei sekunden vom islam überzeugen wenn das deinem vorlieben entspricht ja ja also musst du mir nur sagen bist du ein fan davon auf irgendwelche häuser zu klettern und dort sage ich mal dich zu erleichtern auf keinen fall auf keinen fall stehst du irgendwie auf weibliche jungkamele oder so dass du auf keinen fall wurde auf keinen fall dann kann ich dich auch nicht vom islam überzeugen weil das ist der schlüssel zum islam ja es ist krass aber leute wisst ihr was richtig krasses so wie ranusch das sagt unsere schwester ranusch das sind wie so moderne pharisäer das ist echt krass die kommen mir schon so vor wie moderne pharisäer jetzt mal ohne spaß die kommen mir vor wie moderne pharisäer weil damals waren die pharisäer genauso so zu jesus und da sagte der herr hey da wo ich hingehe da gehst du nicht hin also das ist krass die für mich ist das sind wie moderne pharisäer also ich habe gedacht ich könnte mich anders überzeugen die schule unseren muslimischen brüder hoch aber nein keiner von denen habe ich bisher überzeugt warum lasst uns über die wahrheit doch reden lasst uns auch über den christlichen lasst uns mal im christentum über die wahrheit zu lassen uns auch im islam nach die wahrheit zu uns doch kein problem leute wo ist das problem ich finde das so traurig dass man etwas zusammen liest und dann die person noch gleichzeitig und die person weiß ganz genau was der name yahweh heißt und sagt gott ja ok gut gott dankeschön gut bestätigt wer ist aber yahweh nein ich bin echt enttäuscht ich dachte ich könnte mich vom islam überzeugen lassen wirklich 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 habe ich echt gedacht das ist so traurig das ist so traurig naja gut dann holen wir jemanden hoch ich bin gespannt wer das ist achte bitte darauf dass ein esel dabei hat damit wir mal das thema besprechen können weil ohne ich habe voll vergessen wir werden das thema esel heute ansprechen esel ich brauche mir lena und dann reden wir über esel ja esel da kommen wir auch noch dazu oder was war das oder was war das für geräusche was los mit dir zum thema esel hat mich gestern davor bewahrt nicht über esel zu sprechen aber mein herz begehrt darüber über esel zu sprechen aber ist jetzt nicht so schlimm wir holen jetzt erstmal unseren bruder rein und dann schauen wir mal du kannst den frieden reinholen der hat eigentlich gute ahnung ja ja alles gut hey mein bruder frieden wie geht es dir erstmal ich bin enttäuscht von dem flicks nein nein die wahrheit ausgesprochen warte frieden 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 warte bruder hör zu bruder gestern kam der kollege hier rein ich habe in der hoffnung wirklich frieden ich sag dir ganz ehrlich ich will den islam kennenlernen diese person kommt rein liest mir etwas hier vor zitiert mir etwas hier vor in diesen heiligen buch und gleichzeitig wird gelogen bruder das geht nicht ich weiß warum ich mich jetzt nicht mehr zurück halte warum bei gelogen wird und das finde ich nicht gut frieden und du weißt wie ich in meinem streams bin ich zeige sehr viel respekt ich zeige sehr viel liebe was ich aber nicht mag ist wenn man guck mal gestern ich war so still habe mir jedes einzelne sache notiert ich habe auch aram notiert wenn er etwas falsch gesagt hat oder etwas richtig gemacht hat so aber bei aram konnte ich keinen fehler finden so er kam hoch hat uns etwas von jesaja 42 zitiert so ich möchte mich ja vom islam überzeugen lassen wir sind alle brüder so also lassen wir uns überzeugen so ich habe aram ganz gut zugehört ob aram lüge ich habe mir gewisse sachen notiert habe geguckt zeller und die insel und bis das habe ich jedes einzelne notiert so mir geht es nicht mehr warte 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 ich lasse dich gleich reden frieden so und was ich herausgefunden habe wir lesen und lesen und lesen und lesen und lesen und ich habe gleich von anfang an was ich gelegen weil ich glaube mir frieden ich verstehe die deutsche sprache grammatikalisch auch schriftlich und das was wir gestern gelesen haben war klipp und klar nicht auf diese person bezogen er hat aber gelogen hat gesagt doch das ist eine prophezeiung oft ist ein 21 jähriger junge will ein 30 jährigen ja der super deutsch kann erklären was dieser vers zu bedeuten hat aber ich schwöre und ich weiß nicht immer was du redest gerade ich meine was andere deswegen alles gut zusammen da kann ich einfach es geht ab fliegt alles gleich wie geht es gut so bruder was ich damit meine ist wegen gestern der bruder dabei die war one voice glaube ich ne stay real meinst du oder one way one way one way one way one way bruder nichts gegen diesen bruder aber er war ganz gestern am diskutieren und er hat keine ahnung der arme gehabt so also und ich schreibe ganze zeit bruder lass mich doch mann hoch lass mich aber hast du nicht darauf reagiert im gegenteil weißt warum weil das ding ist es muss ruhe erstmal herrschen wenn ich weiß dass ruhe da ist dann kann ich euch langsam reinholen weil das ding ist sonst ist chaos hier drin ok und guck mal jetzt gerade ist genau perfekt ich kann dich hoch holen weil es gerade ruhig ist aber wenn jetzt so viele da sind dann ist zu viel stress aber klar klar aber das problem ist bruder du hast einen anderen reingelassen obwohl ich vor der andere war verstehst du mein weißt du weißt du warum weil die leute stummen sich die kennen meinen channel die kommen rein und stimmen sich sofort und reden nicht gleich rein und bleiben ruhig bis die konversation sagen wir mal es ist nicht schlimm ich bin da oben ich bin jetzt was gehabt was geht oder was fragen hast du mein bruder du stellst stellen mir ruhig fragen das ist gar kein problem ich hab dir gerade gestern über was haben wir ab die gestern geredet oder wurde da nicht leider nicht antworten könnte ich weiß nicht mehr ganz genau aber ich weiß auf jeden fall dass wir gestern ein thema hatten das war wegen jesaja 42 und wir hatten akki schwitzkasten drin gehabt ja er ist ziemlich theologisch und mit dem glaube verbindet er das mit seiner theologie ja das ist kein problem aber ich bin viel viel smarter wie akki es ist einfach fakt und punkt und ich habe ihn in einigen punkten habe ich ihn erwischt ja aber ich habe es nicht erwähnt warum ich bin trotzdem respektvoll gegenüber ihm okay ich meine ich halte nicht damit bruder ich meine der one way du hast ihn freigestellt wo er gesagt hat ich weiß es ah doch 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 ich weiß jetzt die Frau die geflucht ist die nicht bei einem Mann schläft richtig ich gehe mit ihm man nicht mehr genau genau ich mache diese Frage ganz kurz unser Bruder Abul Barah ja weil ich gucke mir Abul Barah ab vielleicht kann ich mich überzeugen lassen von Abul Barah und Abul Barah sagte also unser muslimischer Bruder Abul Barah hat gesagt stell dir mal vor wir sitzen auf der Couch wir haben nichts zu tun okay so ich bitte meine Frau zum Ehebett ja so ich zitiere das aus seinem Mund was er gesagt ich bitte sie zu dem Ehebett aber sie sagt nein sie will nicht so sei sie verflucht von allen Engeln das heißt also nur weil die engeln nein gesagt also nur weil sie die frau nein gesagt hat dass sie kein geschlecht haben möchte sagt sie von allen engeln verflucht seit wann verfluchen heilige engel eine frau die zum sex nein sagt was ist denn das jetzt kommt die antwort darauf oder und ich hoffe du wirst mich ausreden lassen so wie ich dich kann und ich hoffe du bist jetzt mit mir und eröffnet es jetzt ohne 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 also ich hoffe dass du neutral bist und alle anderen zuschauer sollen einfach nur neutral sein ein Mann ein Mann der verheiratet ist oder der Mann ist mit seiner Frau die sind verheiratet er sagt zu seiner Frau Frau ich will mit dir im Ehebett gehen und ich will mit dir machen was ein Mann mit seiner Frau macht daraufhin sie hast ihn nicht sie hat nicht ihre Periode sie hat keine andere Gründe sondern aus Stuhlkopfigkeit oder aus so ich will es nicht nö ich mach es nicht so lehnt sie das ab einfach es gibt überhaupt keinen Grund sie haben keinen Stress wir haben die hatten nicht ihre Periode sie hat nicht andere Gründe oder sie ist nicht krank oder übermütet oder nein nein einfach so aus Stuhlkopfigkeit sagt sie warte du machst du machst du gerade Fehler das weißt du okay egal warte sie ist gerade die geht's top 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 alles schön und gut so aber sie nimmt es ab warum Stuhlkopfigkeit hat kein Bock so sie will nicht so einmal kann passieren zweimal kann passieren dreimal kann passieren ist doch nicht schlimm alles gut menschlich sie hat jetzt gerade keine Laune kann passieren so aber wenn sie das wenn sie es immer wieder macht dann tut sie den Mann sinngemäß indirekt zwingend dass er mit dass er mit anderer Frau das macht was er nicht mit seiner Frau macht und im Glaube Christentum oder Islam ist es eine Sünde richtig ja oder nein Bruder Bruder ja oder nein Bruder Moment mit mit der Ruhe mit der Ruhe ich versuche ja guck mal ich finde dieses Argument finde ich sehr schwach Frieden weil nur weil du etwas nicht bekommst ja gehst du dir das sage ich mal woanders da holen das heißt also du Bruder wenn ich den ausreden alles gut wir geben ihn in die sie ist sehr wichtig dann ist gut dann ist gut das Gäste Spiegel Bruder ist zu hoch und du bist jetzt gerade verheiratet und deine Frau lehnt es gerade ab mit dir das zu machen was einen Mann machen will daraufhin du als Mann du willst doch deine Bedürfnisse Bruder Sollst du sagen, nö, weißt du was? Willst du es nicht? Okay, ich bleibe sitzen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Auf Dauer. Jesus König, warte, wir haben uns Frieden. Jesus König, nicht jeden stummen. Lass dir ruhig Schlechtes schreiben. Eins nach dem anderen können wir sie sogar bannen. Ich frage mich erst nach Erlaubnis. Entstumm die Leute. Du als Mann, der Testosteronspiegel ist zu hoch. Du bist doch dein Bedürfnis, sonst ein Mann, da wirklich ein stabiler, sage ich jetzt, ein Mann will doch sein Bedürfnis haben. So wie die Frau auch. Ein Mann bekommt sein Bedürfnis, ein Mann bekommt sein Bedürfnis, nicht bei seiner Frau. Von wo holt er sein Bedürfnisse? Bei einer anderen Frau. Richtig. Und ist es laut Christentum und Islam, ist es eine Sünde oder nicht? Antworten wir auf die Frage, bitte. Fremdgehen ist eine Fremdgehen ist eine Sünde, das ist klar. Danke, Bruder. Aber wir müssen aber trotzdem zurückgehen, sage ich mal, zu dem Thema Bedürfnisse. Guck mal, klar, ein Mann hat Bedürfnisse, ist logisch. Eine Frau hat auch genauso diese Bedürfnisse. Aber guck mal, ich würde mir doch eher Gedanken machen, Bruder, wenn meine Frau oder sage ich mal, bei einer Frau, wenn der Mann nicht mehr mit dir schlafen will, immer und immer und immer wieder, wenn es keine Gründe gibt, sollte man sich Gedanken machen, warum das so ist. So, genau. Jetzt kommt der Satz, jetzt kommt der Satz, also ich will darauf antworten, jetzt kommt der Satz, Bruder, wo Gott sagt, Abraben halal indallahuatalaq, zum Beispiel, XY ist verheiratet mit einer Frau, oder ich schwöre, ich antworte, XY ist verheiratet mit einem XY und einer Frau XY, und die verstehen sich gerade nicht, Bruder, die will nicht mehr mit ihnen schlafen, das heißt, irgendwas stimmt nicht, das heißt, die mögen sich nicht, richtig, was passiert dann da, Bruder, die Scheidung. Darf ich bitte kurz reden? Jeder geht dann seinen Weg, die Scheidung ist gekommen, Bruder, bei Christentum ist Scheidung verboten, aber bei uns Muslimen schon, also wegen so Situationen, zum Beispiel, meine Frau steht nicht mehr auf mich, wir lassen uns scheiden, weil es gibt noch keine Liebe mehr, warum sollen wir dann weiter verheiratet sein, kurz und knapp, Bruder, erklärt Alhamdulillah, bitteschön, Bruder. Okay, Dankeschön, dass ich reden darf. Erstens, aus dem Gespräch höre ich heraus, guck mal, wir dürfen keine Philosophie hier hinzufügen. das ist das, was meine Glaube sagt, Bruder. Das ist das, was mein Glaube sagt, Bruder. Ich philosophiere nicht. Ich erzähle mal, was mein Glaube sagt. Ja, klar. Okay, okay. Es geht gerade um diesen einen Moment, und das ist das, was Abu'l-Bara, unser muslimischer Bruder, ja sagt. Wenn sie nicht... Wir reden über Religion, mein Bruder. Wir reden gerade über Religion. Du respektierst mich nicht. Ich habe dich komplett ausreden lassen. Bitteschön. Okay, danke. Guck mal. Ich bitte sie zum Ehebett. Okay, so. Er redet von diesem Moment. So sei sie verflucht von dem Engel, auch wenn es eine einmalige Sache ist. Und beim zweiten Mal hat sie natürlich mit ihrem Mann, aber in dem Moment, wo er sie zum Ehebett bittet und sie aber Nein sagt, weil sie ja gerade nichts zu tun hat, so sei sie verflucht. Das ist klipp und klare Ansage. Da gibt es nichts zum, sagen wir mal, philosophieren und zu sagen, ja, aber wenn es öfters so ist, in dem Moment, das sagt unser Herr Abu'l-Bara, ja, er sagt, ich bitte sie zum Ehebett. Sie hat in dem Moment nichts zu tun. So, in dem Moment, wo sie Nein sagt, so sei sie von allen Engeln verflucht. Das war's. Mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Ich kann nur sagen, hey, das ist was euer Imam zitiert. Ja, ich versuche den Islam kennenzulernen. Ja, nochmal. Aber bisher hat mich keiner überzeugt. Ich dachte, Achi, Schlitzkasten würde mich komplett überzeugen, dass man sagen kann, hey, das ist geil. Aber ich bin jetzt null überzeugt. Guck mal, ich bin total egal. Ja, ich bin total egal. Ja, ich höre zu. Ich höre zu und kann drauf eingehen und sagen, hey, wow, geil. Aber was ich gar nicht mag, ist, wenn man etwas zitiert und gleichzeitig noch lügt, das gefällt mir gar nicht. Okay. Das ist meine Sicht. Darf ich erzählen, ja? Ja, Bruder. So. Was der Bruder Abelbara gesagt hat, Bruder, schöne Gute ist auf meinem Kopf, ich respektiere ihn als Bruder und als Mensch, 100%. Aber du hast die ganze Zeit gesagt, was Abelbara, Abelbara, Abelbara. Ist mein Fundament Abelbara? Zieht meine Religion? Oder folge ich Abelbara? Oder folge ich den Islam? Ich sage und zitiere, was der Islam sagt, mein Bruder hat. So. Meine Religion sagt, Bruder, Das, was nicht gern gesehen ist bei Allah, ist die Scheidung. So. Ich bin jetzt gerade mit Fatima, Stefanie, egal, ich bin mit einem Mädchen verheiratet, Bruder. Und ich will mit sie das machen, was ein Mann mit seiner Frau macht. Und sie sagt, Nö, irgendwie, ich fühle mich nicht gezogen zu dir. Dann sage ich zu ihr, okay, gut, ich verstehe mal, wenn keine Liebe zwischen mir und dir ist, dann die müssen wir uns entscheiden. Okay, diesmal, das ist so, das ist ganz gut, so ist es dann besser für sie auch für mich. Aber, jetzt kommt's, wenn ich mich gezogen fühle zu sie und sie auch, oder wir leben zusammen, wir verstehen, dass wir lieben uns, aber sie lehnt die ganze Zeit ab, mit mir zu schlafen, obwohl sie mich liebt und sie steht auf mich, sie will es nicht machen, aus Sturkopfigkeit oder mich zu nerven oder mich, was weiß ich. Und dieser Vers oder dieser Satz gilt für diese Frau und Bruder. Okay, eine Frage. Aber Hand aufs Herz, Bruder, wenn eine Frau dich liebt und auf dich steht, ja, und sich zu dir hingezogen fühlt, warum sollte sie dann jedes Mal ablehnen? Nee, nee, wenn sie droht, das war nicht mehr. Ich hab eine Frage. Aber einfach so, der Färs und der Färs, der Färs, ja, Bruder, der Färs, Bruder, der Färs, bist du fertig? Entschuldigung. Nein, ich wollte eigentlich sagen, aus Juckus, aus Juckus, aus Juckus, aus Juckus, aus Juckus, aus Juckus, einfach so aus Juckus, ja, sag ich mal, mach das doch keine Person, die dich doch liebt und die sich doch zu dir hingezogen fühlt, die möchten das für dich auch das Beste, ja, und möchte dir ja eigentlich jeden Wunsch, sag ich mal, erfüllen, wenn ich jemanden... Warte kurz, Leute, bitte, alle gemeinsam merken, Leute, ich tu jetzt Dinge, ich schätze du mit. Ich schütze diesen jungen Mann hier. Schau mal, Panischer, die Frage hier wäre, ganz kurz, Arjen, WBM, WBM, ganz kurz, Bruder, er hat mich gerade mit mir gerät, ich will, du kannst eine Antwort drauf geben, dann kannst du mich aber reden. Das ist dummisch, sorry. Ganz gut, mein Bruder. So, der Panischer, gut gesagt, Bruder, ich frage dich jetzt eine Sache, Bruder, subhanallah, ich frage dich jetzt eine Sache, und zwar, mein Bruder, gibt es Frauen, oder kennst du Frauen, die manchmal sturkopfig sind, mehr als Männer, ja oder nein, Punkt 1, Punkt 2, Bruder, dieser Vers, sagte Bruder, oder bezieht sich auf Frauen, zum Beispiel, du bist jetzt mit deiner Frau, es gab Strahl zwischen euch, und sie aus Stuhlkopfigkeit, oder sie will dir das zurückbezahlen, obwohl es schon alles geklärt ist, obwohl alles geklärt ist, sie sagt, ey, weißt du was, er wird sowieso später mit mir das, das machen, aber ich will ihm nicht das geben, was ich geben will, so, was er verdient, so. Deswegen ist dieser Vers, ist dazu gekommen, oder was Bruder, Abel Barat damit gemeint hat, ist das hier auf das hier bezogen, Punkt 3, Bruder, du, du persönlich, Japanischer, du weißt, wie Frauen nachtragig sind, oder wie Frauen, stillkopfig sind, weißt du selber, oder soll ich dir mal sagen, aus meiner Lebenserfahrung, Bruder? Ich verstehe dich, guck mal, ich verstehe dich, ich verstehe dich auch, was du mir mitteilen willst, Frieden, aber jetzt mal, jetzt mal, sei mal ehrlich, guck mal, auch wenn diese Frau, du liebst sie ja, verstehst du, und sie ist, sag ich mal, in dem Moment nachtragend, weil man hatte vorher Stress, man hat das geklärt, ja, sie ist nachtragend, von mir aus, nur fünf Tage, ja, aber würdest du das, guck mal, würdest du dann deine Frau, trotzdem, würdest du wollen, dass sie verbruchst, du redest gerade über einzelne, du redest gerade über einzelne Menschen, du redest gerade über mich, sind alle Frauen gleich? Ich rede, sind alle meine, ich rede, ich rede über die Menschen, die eine intakte Beziehung haben, sehr gut, ganz kurzfleck, die eine intakte Beziehung haben und die sich lieben, das gilt für alle Menschen, die sich lieben, ja, so, sag ich mal, wer verflucht seinen Partner? Sehr gut, Bruder, und diese werden, ich muss kurz was loswerden, nein, ich muss kurz was loswerden, und ich will nur kurz was loswerden, ganz kurz, ganz kurz, er kann doch gleich reden, alles mit der Ruhe, Leute, alles mit der Ruhe, ich unterbreche das Thema nicht, aber ich muss was sagen, ich finde nur, wenn eine Ehefrau ihren Mann liebt und in dem Moment keine Lust hat, dann sei sie nicht verflucht, das ist totaler Bullshit, weil eine Frau kann nicht jeden Tag mit ihr ins Ehebett gehen, und wenn es eigentlich heißt, das ist nicht doch antworten, diese Frage, was du gerade gestellt hast, und diese Antwort, was ich habe, ist für dich und für die Japanische, so, erster Punkt, sind alle Frauen gleich? Nein, Bruder, so wie auch nicht alle Männer gleich sind, und dieser Vers, oder diese Aussage von Abonwara, Bruder, bezieht sich auf diese Frauen, die ist mit extra, mit Absicht, das Ablehnen, Punkt 2, Bruder, eine Frau, die sagt, wie eine Frau, die sagt, Bruder, nee, es war mir gerade zu viel, nicht jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, tut mir leid, aber nicht jeden Tag, kann ich das machen, oder kann ich die Bedürfnisse geben, ist sie recht, klar, und diese Aussage von Abonwara, Bruder, bezieht sich nicht die Frau, so, jeden Tag, geht doch nicht, wenn diese Frau sagt, nee, ich kann nicht, dann Punkt aus, dieser Satz von Abonwara, bezieht sich, Bruder, auf was, auf Frauen, die sagen, ich will es nicht machen, ich will dir dein Hak, dein Recht, will ich nicht geben, so, weil ich es nicht geben will, verstehst du, aber die Frau, die sagt, nee, hör mal zu, Frieden, ich kann nicht, nee, so, ich habe meinen Tag, oder ich bin schlecht gelaunt, oder ich habe meine Gründe, 100% ihr recht, aber Bruder, dieser Satz von Abonwara bezieht sich auf Frauen, die sagen, nee, ich will, jetzt ist es aber Ehefrauen, die es mit Absicht machen, jetzt sind es aber, jetzt ist es aber Ehefrauen, die es mit Absicht machen, richtig? Ja, genau. Ah, du Billah, ja, du Billah, oh Gott. Ja, du Billah, oder wir, ich beziehe sich auf Frauen, sagen, Bruder, ich wollte erst mal ein paar Sachen zu dir sagen, Flex, Abonni, und danach wollte ich auf diesen Punkt eingehen, aber ich gehe erst mal auf diesen Punkt jetzt ein. So, die Sache dabei ist, auch in der realen Welt, wenn man in einer Beziehung ist, spielt Geschlechtsverkehr eine riesengroße Rolle. Stimmt ihr mir dazu? Darf ich noch ganz gucken, für die WM, ich küste ein Herz, mein Bruder, weil ich bedanke, wala, 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 du redest, du redest, ich rede nicht, ich will nur was sagen, Bruder, was jetzt so davon, wenn wir eine Frau hochlassen, Bruder, und die, weil eine Frau, wir reden, ganze Zeit, die wir Frauen, lass doch die Frau von einem Mann, auch von einer Frau, Bruder hören, wie die sind. Weiß warum? Kannst du das machen, ist auch klar. Ja, weißt du warum? Weil eine Frau, kann besser reden, besser reden, mehr als ein Mann, weil die Frau ist hier gerade betroffen, daraufhin wollen wir gerade ein neutrale, nicht muslimer, neutrale Frau, wollen wir inshallah gerne hochlassen, Bruder, weil sie kann auch mit uns dann reden, lässt mich hoch, lass sie mal hoch, bitte, wenn es so geht, ist aber ein Thema, wo Richtung intimer geht und die Leute möchten, ungehebbar sein. Aber die reden noch die ganze Zeit darüber. Kommt euch mal kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Also jetzt, die Antwort daraufhin ist, was Abu Barra gesagt hat, es ist eine Frau, eine Ehefrau, die das mit Absicht macht, das heißt also, diese Ehefrau liebt dann diesen Mann und deswegen macht es sich mit Absicht, ja, ich habe jetzt gerade keine Lust. Leute, oh mein Gott, darf ich auch mit uns die ganze Zeit gehen, Bruder, ich war die ganze Zeit, Bruder. Lass WWM reden, bitteschön, Bruder. Schau mal, so, Geschlechtsverkehr spielt in einer Beziehung eine riesengroße Rolle. Es ist die Hälfte der Miete, könnte man so sagen. Wenn jetzt die Frau mehrmals nicht machen möchte, oder der Mann, es gilt auch für den Mann, nicht nur für die Frau, ja, auch wenn die Frau hat auch ihre Bedürfnisse, sogar, die Frau hat sogar mehr Bedürfnisse als der Mann. Richtig. Schreib und Gott sagen, ganz kurz, ganz gut, ich unterbreche mich. Wenn es aber wenigstens stehen würde, wenn sie es öfters macht, denn sei sie von den Engeln verfugt, dann würde ich sagen, okay. Aber das ist nicht auf das eine, es ist nicht auf mehrere Male bezogen, es ist auf das eine Male bezogen. Deswegen kann man jetzt, denkst du noch nicht, dein Gehirn, du denkst gerade mit Gehirn, du denkst gerade nicht, fertig, ich bin noch nicht fertig. es ist bezogen auf dieses eine Male, würde es bezogen sein auf mehrere Male, dann hätte ich gesagt, okay, ich habe diesen Satz verstanden. Aber es ist auf das eine Male bezogen. Das heißt also, jetzt heißt es aber, es ist eine Ehefrau, die das immer macht. So habe ich es jetzt verstanden. Oh Mann, egal. dann machen wir es anders. Dann versuche ich mal andere. Ich konnte nicht mal reden. Okay, ich habe überredet, ich möchte auch noch was zu Flexabrenny sagen, weil es auch sehr, sehr wichtig ist. Auch hier in den Kommentaren, viele stellen das jetzt so da, als würde es bei uns nur um Geschlechtsverkehr gehen. Das ist aber kein Maßstab für uns und unser Glauben. Redem so lauter, Bruder. Man muss genau so, ja, die Pflichten der Frau beziehungsweise ihre Bedürfnisse klären können. Natürlich kann es sein, dass der Mann auch mal keine Lust hat, ja, und die Frau auch mal keine Lust hat. Das ist alles menschlich, das ist normal. Aber was passiert, wenn es jetzt auf ein, zwei, drei Monate... Habe ich doch gesagt, Bruder. Das habe ich doch ganze Zeit gesagt. Aber das müssen die doch mal, da müsst ihr doch mal nachdenken. Das kann ich nicht ganze Zeit sagen... Ich habe langsam das Gefühl, ihr versteht die deutsche Sprache nicht. Na, Bruder, warte mal. Eine feigabe, eine feigabe, Bruder. Bruder, Frieden, bitte, Bruder. Bruder, WWM, Bruder. Ich weiß, Bruder, aber bitte ganz kurz, ich muss noch was loswerden. So, da könnt ihr doch nicht sagen, wenn zwei, drei Monate der Mann oder die Frau, je nachdem welche Person, nichts bekommen hat, und hier kommen wir wieder zu diesem Punkt. Es wird nicht darüber gesprochen, wie oft sie das macht, sondern das eine Mal. Jetzt wird es aber so hoch gedreht, ja, wenn es drei Monate geht. Leute, wir dürfen dabei nicht philosophieren. Hier wird gerade philosophiert. Bruder, das ist doch nicht nur der einzige Punkt, der dabei eine Rolle spielt. Ja, wir haben auch noch Hadithe, ja, Kur'an und Sunnah haben wir. Das heißt jetzt nicht, weil es im Kur'an steht, dass du das 1 zu 1 so machen sollst. Ja. Weil du noch die Sunnah hast, die den Kur'an erfüllt. Nur eine Sache noch, bitte, schau mal, was, was hier gerade läuft, was falsch ist, ist, dass ihr das so darstellen wollt, als würde es nur um Geschlechtsverkehr gehen. Natürlich steht es nicht ihr, hier, die oben sind, sondern die in den Kommentaren sind. Ich glaube dir, dass du es verstehen möchtest, ja, aber die Antworten, die wir dann geben, musst du auch verstehen. Aber zu dir sagen, eine Frage, wir machen das jetzt noch viel, viel einfacher. Hast du die Sure bei dir gerade? Ich kann die aufschlagen, ist kein Problem. Okay, bitte Sure 4, Vers 34. Panischer, bitte schlag das auf, ich mach dich groß, Bruder, bitte, ganz wichtig, ich will das bitte, ich hab kein zweites Handy hier, Bruder. Oh scheiße. mach doch. Oban, machst du das bitte? Kein Problem. Welche Sure 3, 34? Nein, nein, Sure 4, Sure 4, Vers 34. Ich will mich nur überzeugen lassen, mehr nicht. Wo die Sache ist, wenn meine Frau drei Monate nicht mit mir schlafen will, da gibt es einen schweren Grund, dann redet man mit der Frau und lässt sich entweder scheiden oder nicht. Allah muss nicht extra irgendwelche Engel schicken, die meine Frau verfluchen. Du kennst doch nicht das, was Engel nicht mehr verfluchen. Brudi, du kennst doch nicht das, was in ihrem Herzen ist. Dann redet ich mit meiner Frau und dann lässt man sich scheiden und fertig, da muss man nicht die Frau verfluchen. Weiß was das Problem ist, guck mal, guck mal, ich muss kurz unterbrechen, weiß was das Problem ist, Engel verfluchen keine Menschen. Heilige Engel, meine Ladies and Gentlemen, ich spreche das jetzt mal aus, weil das macht mich gerade irgendwie ein bisschen sauer. Engel verfluchen uns nicht. Heilige Engel verfluchen uns nicht. Kleinen Moment, Leute. So, ich habe die Sura vor mir. Sura 4, Vers 34. Hast du gesagt, oder? Ja, genau. Okay, das kann ich jetzt gleich lesen, aber ich wollte noch was zu dir sagen, Flex. Flexa Brandi, wenn du zuhörst, natürlich erst dann, wenn du zuhörst. Ja, der ist gerade ein bisschen wissig. Les mal vorhin. Es geht um etwas Wichtigeres, was ich sagen wollte, als dieses Thema. Kann ich auch. Erst wenn er da ist, einen Moment, weil es geht nur an ihn und vielleicht auch an andere, die etwas so denken. Kann ich auch, Bruder. Hast du deine Frage, hast du eine Antwort auf deine Frage bekommen, Bruder, wegen dem Paradies? Bruder, bist du irgendwie krank? Hast du irgendeine Krankheit bekommen, dass du mich sowas fragst? Okay, ich stelle, ich stelle, ich stelle, ich stelle diese Frage jetzt mal die Community, ne, weil ich, ich will, ich will Lügen aufdecken, ja, jetzt, das hat mich schon so sauer gemacht, dass ich jetzt schon gar nicht mehr so friedlich sein kann. Was für Lügen? Seit wann, Leute, jetzt hört mal, jetzt hört mal zu, Leute, seit wann verfluchen heilige Engel Menschen? Okay, seit wann, was ist denn das für eine Lehre? Seit wann, ich lese doch, Moment, ganz kurz, seit wann, ich bin noch nicht fertig, Moment, Moment, ich bin noch nicht fertig, seit wann verfluchen heilige Engel, heilige Engel, Gottes Schöpfung, heilige Engel, seit wann verfluchen sie uns Menschen? nur seit wann, das ist so was heiliges, so etwas heiliges, darf ich jetzt bitte, nur weil sie kein Geschlechtsverkehr mit ihrem Mann haben, Moment, ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig, du kannst gleich reden, du kannst gleich reden, du kannst gleich reden, ich mache mich jetzt mal ein bisschen groß, Leute, stimmt euch mal bitte kurz, ich muss das kurz aussprechen, Moment, und zwar, seit wann verfluchen heilige Engel uns Menschen, nur weil eine Frau da unten gerade nein gesagt hat, dass sie kein Geschlechtsverkehr, seit wann machen das heilige Engel? Du hast deine Frage verstanden, du musst es jetzt nicht noch 10 Mal erwähnen, ist doch alles gut, darf ich jetzt auf die ganze, ich mag keine Lügen, das sind Lügen, ich rasse Lügen, ich gehe auf die ganzen Punkte ein, die du erwähnt hast, und jetzt von, okay, okay, machen wir es mal so, hol mal bitte ganz kurz Milena hoch, weil die hat nicht lange Zeit, hat sie geschrieben, sorry Leute, aber tut mir leid, ich bin, lass die mal ganz kurz hoch, die ganze Zeit unterbrechen, aber lass die mal kurz hoch, die ganze Zeit dulden, bitte tut, also okay, lass den Bruder reden, lass den Bruder reden, mal reden jetzt, ja, rede, rede, alles gut, oh Gott, also an aller, allerersten Stelle, komme ich auf dich zurück, weil du ein paar Sachen erwähnt hast, am Anfang, die absolut falsch sind, wie zum Beispiel, ich wollte mich vom Islam wirklich überzeugen, ich dachte, der Islam kann mich überzeugen, dich kann niemand überzeugen, wenn du fest im Glauben bist, das heißt, wenn du an Jesus Christus glaubst, als deinen Schöpfer, dann glaubst du an ihn, dann kriegt man dich nicht los von diesem Glauben, weil jemand, der fest überzeugt ist im Glauben, dem wirst du niemals zum Schwanken bringen, aber deine Aussage vorhin, dass du dich vom Islam überzeugen möchtest, ja, entweder bist du dann schwach im Glauben, oder du meinst das nicht ernst, das war der erste Punkt, bleib bitte beim Thema, ja, ich sag dir das, oh, du, ja, ich komme zu Sure 4, Vers 34, die Männer stehen für die Frauen in Verantwortung ein, mit Rücksicht darauf, wie Allah den einen von ihnen mit mehr Vorzügen, als den anderen ausgestattet hat, und weil sie von ihrem Vermögen für die Frauen ausgeben, die rechtschaffenen Frauen sind demütig ergeben, und sorgsam in der von Allah geboten Wahrung ihrer Intimsphäre, Intimsphäre, ich komme noch zu den einzelnen Punkten, um sie zu erklären, diejenigen aber, guck jetzt, hört jetzt genau zu, diejenigen aber, deren Widerspenstigkeit ihr fürchtet, warnt sie, meidet sie in den Schlafgemischern und schlagt sie, und wenn sie euch gehorchen, unternimmt nichts weiter gegen sie, siehe, Allah ist erhaben und groß, und wenn ihr einen Bruch zwischen euch beiden befürchtet, dann ernennt einen Schiedsrichter von ihrer Familie, und einen Schiedsrichter von seiner Familie, wollen sie sich aussöhnen, wird Allah Frieden zwischen ihnen stiften, siehe, Allah ist wissend und weise, und dient Allah und setzt ihm nichts an die Seite, und seid gut zu den Eltern, den Verwandten, den Weisen, den Armen, den Nachbarn, sei er einheimisch oder aus der Fremde, zu den Kollegen, den Reisenden, und hochmütige, und zu denen, welche hier von Rechts wegen besitzt, siehe Allah, lieben mich, und ich werde bald überniesen, das kommt auch noch, schau mal, ihr habt zu mir gesagt, Sura 34, Sura 4, Vers 34, und hier steht nichts mit, dass die Engel sie verflucht haben, und jetzt komme ich zu den einzelnen Punkten, die hier extra noch mal erwähnt worden sind, der Mann hat diese, nein, bitte zuhören, ich bin gleich weg, ich muss, du bist so gleich weg, Leute, ich bin sofort, ich muss weg, ich mag es nicht, ich bin weg, du kannst dann weiterreden, ich muss gleich weg, ich bin sofort weg, ich bin sofort weg, danke Flexer, ich bin sofort weg, eure ganze Taktik, ich habe es ja immer wieder gesagt, mit Mischwag, und was weiß ich, und Engel verfluchen, lest ihr mal Sura 2, 232, 223 vor, eure Frauen sind euch ein Saatfeld, geht immer dahin, wann immer ihr wollt, also Punkt 1, Erzählungsnix, Männer können immer zu ihren Frauen gehen, wann immer sie wollen, da steht auch nichts drinnen, nichts, wenn es ihnen schlecht geht, krank, es gibt auch eine Hadith, wo Mohammed sagt, wenn eine Frau nicht willig ist, mit dem Mann, Dingi, Dingi zu machen, dann wird sie von den Engeln verflucht, und bezüglich Frauen schlagen, was du da gerade vorgelesen hast, gibt es eine Sarich Hadith, von Mohammed, genau zur Sura 4, 34, und zwar Mischgat al-Masabih, 3, 2, 5, 9, da steht drinnen, Mohammed hat gesagt, du darfst sie nicht ins Gesicht schlagen, die Frau, merkt euch die Sarich Hadith, also erzählt hier kein Blödsinn, wenn das Einzige im Islam ist, dass die Frau sich scheiden lassen darf, dann ist das echt sehr arm, wenn das das Allereinzigste ist, das war's schon, vielen Dank. Ganz kurz, und ich sehe schon, dass der Aki Schwitzkasten hier drin ist, Aki, ich habe vor einer halben Stunde, was über dich gesagt, ja, ich spreche das offen aus, das ist gar kein Problem, ich versuche das auch gar nicht zu verstecken, du bist in meinem Stream nie wieder willkommen, du bist auf Ewigkeiten, solange ich hier auf TikTok bin, gebannt, auch in meinem Stream, du wirst hier nie wieder hochkommen, ja, bin ich ganz offen und ehrlich, wie es ist, und die Liebe geht raus an jede Nationalität, ganz einfach, ich liebe jede Nationalität, ich sage das nochmal, aber ich mag es nicht, wenn man lügt, Lügen sind für mich nicht erlaubt, ganz einfach, ich mag es nicht, wenn man im Glaube ist und im Glaube noch gleichzeitig lügt, das funktioniert nicht, so, Aki, hiermit spreche ich das nochmal aus, ich biete dir diese Plattform nie wieder an und ich halte auch mein Wort, du wirst hier nie wieder hochkommen, weder noch wegen einer Entschuldigung, sonstiges was, es ist mir sowas von egal, du bist hier nie wieder willkommen, unsere anderen muslimischen Brüder, die sind alle hier eingeladen, aber Aki Schwitzkasten, du bist für immer und ewig hier raus, du darfst nie wieder bei mir hier hoch, und ich werde dir auch keine Erlaubnis mehr geben, hier bei mir hochzukommen, und es ist egal, sogar auch wenn ein christlicher Bruder zu mir sagt, hol ihn wieder hoch, ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist, du kommst hier nie wieder hoch, nur an dem einen Punkt, wo du gelogen hast, das hat schon gereicht, man zieht den Namen Yahweh nicht in den Dreck und lügt noch gleichzeitig, und das hast du getan, und deswegen kommst du hier nie wieder hoch, Dankeschön, so, World War II, du darfst reden, mein muslimischer Bruder, bitteschön. verabschiede mich, danke für den Flexer, tschüss, danke alle, Gottes Segen euch allen. Ich habe den Faden verloren, normalerweise, wie gesagt, das ist halt das Ding, wenn man jemanden nicht aussprechen lässt, und die ganze Zeit unterbricht, und dann wird von dem anderen erwartet, dass man nicht unterbricht, das finde ich wirklich respektlos, muss ich an dieser Stelle sagen, dafür entschuldige mich nicht, dafür entschuldige mich nicht, das muss ich sagen, tut mir leid, und wie gesagt, von vorhin nochmal, du hast Aussagen getätigt, mit der Überzeugung, also du sagst, du magst keine Lügner, also hast du da entweder gelogen, oder du bist überzeugt in deinem Glaubenflex, nein, ich will überzeugt werden, dass das alles authentisch ist, ob es die Wahrheit ist, und deswegen reden wir ja auch, verstehst du was, authentisch heißt, dass die Botschaft, der Ursprung gleich, das heißt, ich will nur die Wahrheit erfahren, schau mal, du sagst, du bist mächtig in der deutschen Sprache, entweder möchtest du mich nicht verstehen, Brudi, oder, oder du machst das bewusst, du hast Aussagen getätigt, auf die ich eingehen muss, du sagst, dass du vom Islam überzeugt werden nicht, und dann sagst du, dass du möchtest, ob das authentisch ist, und ich sage dir, der Ru'an ist seit über 1450 Jahren, authentisch, kein Buchstabe wurde verändert, innen drin, das reicht schon, wenn du sagst, das ist authentisch, wenn du jetzt auf die einzelnen Verse eingehst, dann bin ich nicht derjenige, der dich überzeugen kann, auch kein Muslim kann dich überzeugen, sondern nur Allah kann dich überzeugen, und wenn du mir, und wenn du jetzt sagst, ich dachte wirklich, der Islam wird mich überzeugen können, ich dachte, Aki Schwitzkasten wird mich überzeugen können, das ist purer Schwachsinn, entweder hast du da gelogen, oder du bist nicht fest in deinem Glauben, weißt du was, das wird so nicht funktionieren, ich glaube, du hast immer noch meine Intention nicht verstanden, okay, und wenn ich dir schon zuhöre gerade, wird mir schlecht gerade, okay, warte ganz kurz, ganz kurz, WWM, nein, genau so, du kannst sofort was sagen, Schwester, oder hast du ihn gekickt? Der ist raus, der kann Aki Schwitzkasten joinen, ich mag ihn, nein, der hat vorgestern was sehr interessantes zu mir gesagt, ich wollte ihn darauf ansprechen, er hat nämlich zu mir gesagt, er wird mir, er wird mir den, er wird mir das mit dem Schwert beibringen, ja, und darauf wollte ich ihn eigentlich jetzt nochmal ansprechen, ich wollte, ich wollte gerne wissen, weil er sagt ja, er lügt nicht, dann hätte er das jetzt hier auch mal vor den ganzen Leuten einmal wiederholen können, ja, dass er mir das Ganze natürlich mit dem Schwert beibringt, ja, das wollte ich jetzt gerne erläutert haben, WWM, du bist ja noch da, komm mal bitte hoch, ich würde gerne noch darauf eingehen, also gut, ich lasse ihn hoch, aber ganz ehrlich, ich halte mich komplett zurück, ich werde jetzt erstmal nichts mehr sagen, meine, also ich bin kurz davor, ihm diese Plattform nicht mehr zu bieten, aber dennoch, weil ich ein gutherziger Mensch bin, ich lasse ihn jetzt einfach mal hoch, ne, aber ich kann Lügen einfach nicht akzeptieren, ich kann Lügen echt nicht akzeptieren, aber okay, ich lasse ihn hoch, ich halte mich komplett zurück, Panischer, wo kannst du dieses Gespräch mit ihm führen, aber ganz ehrlich, ich kann nichts mehr dazu sagen, weil mir fehlen schon die Worte, bin ich ganz ehrlich, boah, das ist brutal, also Gottes Segen erstmal an alle, die hier sind, Gottes Segen meine Schwester, so, bevor, also bitte bevor, sei ruhig da oben, sei ruhig da oben, die Schwester redet, stumm dich kurz, so, bevor das Thema flüchten geht, es ging ja um Surat Anissa 34, es geht um Schlagen der Frau, und gestern war Thema, also mit ein paar Ex-Muslimas, ich bin übrigens auch Ex-Muslima und seit elf Jahren bekehrt und ich wollte nochmal darauf eingehen, dass wir das ein bisschen erläutern, auch was das bedeutet, ja, weil diese Suche wird quasi durch die Blume übersetzt, auch im deutschen Koran, was eigentlich nicht der Wahrheit entspricht, was das Arabische angeht, Ich weiß jetzt nicht, wie viele gibt es hier jetzt gerade die Arabisch sprechen oder Arabisch lesen und schreiben, denn würde ich nämlich gerne ein Tafsir auf jeden Fall hier nochmal einblenden, wo es genau geschrieben steht, was es heißt, wirklich die Surat 434 und was der Mann eigentlich für eine Frau ist. Meine Schwester, meine Schwester, du kannst es gerne ausblenden, gerne, das ist gar kein Problem. Ich blende das einmal aus für dich und für die, die hier jetzt sind, warte, jetzt muss ich mal gucken. Also wie gesagt, ihr seid alle herzlich willkommen, auch die Leute, die im Chat sind, wissen ganz genau, dass jeder Moslem, Christ, Buddhist, es spielt keine Rolle, ihr seid alle herzlich willkommen, ich biete euch gerne diese Plattform, das ist gar kein Problem und Liebe geht raus an jede Nationalität, Leute, deswegen fühlt euch alle gedrückt, nur wichtig ist die Wahrheit und nicht die Lüge. So, das ist auf Arabisch richtig? Richtig, Arabisch, also für die, die Arabisch jetzt sprechen, hier steht Ibn Kathir, Ibn Kathir ist immer Saqih, also es gibt nichts, was es nicht ist und dann steht geschrieben, Jaqullu Ta'ala, okay, also Allah sagt, Ar-Rijal qawwamuna ala nisa, ja, also, es steht ja geschrieben, dass quasi der Mann über die Frau herrscht, ne, so, und was bedeutet quasi, wenn wir diesen Versen lesen im Koran, ja, und zwar wird das so übersetzt, dass der Mann, okay, über die Frau herrscht, er ist quasi ihr Herrscher und ihr großer Haupt, ja, und er ist derjenige, der über sie bestimmen darf, erziehen darf, wenn sie irgendwas Falsches macht. So, ihr dürft gerne, jeder der mir nicht glaubt, einmal ein Screenshot vormachen und euch davon selbst überzeugen. Es ist jetzt falsch, wenn man eine Person erziehen möchte. Jetzt überleg mal, wenn sie etwas falsch macht. Ey, das ist so krank, bitte sag nicht mehr, du reitest dich immer tiefer rein. so, Moment, Moment, okay, nochmal, ich schau mal, was da steht. Ich habe nichts dagegen, dass der Mann der Haupt der Frau ist, wenn er ein Christ ist, aus dem Grund, weil Jesus Christus sagt, dass der Mann seine Frau lieben soll, wie er die Gemeinde geliebt hat und er war bereit, für die Gemeinde zu sterben. Gott ist Liebe, okay, und so möchte er, dass der Mann die Frau behandelt und dann hat der Mann auch Verantwortung für die Frau, die in Liebe zu Gott zu führen und nicht in der Gemeinschaft zu führen. ganz kurz, ganz kurz meine Schwester, Liebe geht raus an Broys, Leute, Bruder, Broys, Liebe geht raus, ich habe gesehen, dass du hier bist, ich sehe dich, mein Bruder, okay. So, meine Schwester, du kannst weiter einblenden, sorry. Alles gut, also, dann würde ich nämlich weiter sagen, es ist aber ein Unterschied dazwischen, ob ich jetzt in Liebe meine Frau behandle oder ob ich ihr Haupt bin, ja, ihr großer Haupt bin, ich sie schlagen darf, ich sie im Bett meinden darf, wenn ich, wenn sie widerspenstig wird. Das ist ein großer Unterschied, verstehst du, was ich meine? So, und das kann man überhaupt nicht vergleichen, definitiv nicht. Hier steht, ihr Herrscher, niemand herrscht über keinen Menschen außer Gott. Das ist schon mal eins, ja, der Gott hat ja Frau und Mann gemacht, beide gleich, liebt beide gleich, keiner ist besser als der andere, damit die in Gemeinschaft miteinander leben und nicht, dass einer die andere schlägt, ja, oder fremd geht oder eine noch zusätzlich zwei, drei, vier heiratet, ja, was deine rechte Hand noch mit sich bringt. Also, überleg mal, du als Mann, würdest jetzt eine Frau lieben, ja, und diese Frau, die du unendlich liebst, geht und geht dir fremd mit ein, zwei, drei und vier und das erlaubt dein Gott und du musst noch dabei glücklich werden, weil du darfst eigentlich Gottes Wort überhaupt, du musst das so respektieren, wie es ist. Wäre das für dich ein gerechter Gott? Also, für mich ist das definitiv ein Gott, mit dem irgendwas nicht stimmt. Okay, World War II, kannst du darauf eine Antwort geben, oder? Also, es ist auf dich gerichtet. Ach so, ich dachte, ihr redet gerade wieder in die Runde, ich bin ja jetzt wieder hoch, weil, wer war das da irgendwas von mir wollte? Gleich, du kannst gleich, aber ich denke, die Frage ist an dich gerichtet, mein Bruder, deswegen, du kannst mich. an allererster Linie, wenn man sagt, der Mann ist der Herrscher über die Frau, heißt es nicht wortwörtlich, dass der Mann herrscht. Warum? Weil, wenn der Mann zu Sünden ruft, zuhören, nicht mit, nicht Hand vor Gesicht, Bruder, das nimmst du dann nicht ernst, das zeigt mir, du nimmst es gar nicht ernst, du willst die Antwort gar nicht wissen. An allererster Schiene noch mal, der Mann ist nicht der Herrscher von der Frau. Wenn der Mann, ein Beispiel, dass sie es versteht, wenn der Mann zu Sünde ruft, soll die Frau dann auf den Mann hören? Nein, weil er so zu Sünde ruft, doch wenn er zu Gutem ruft, dann sollst du natürlich auf ihn hören, ist doch klar und umgekehrt genauso, weil, deine Frau ist, deine rechte Hand, deine Frau entscheidet mit, du bist nicht der Einzige, der mit entscheidet und unsere Frau, die Frau ist nicht, deine Frau ist nicht die rechte Hand, das ist Blödsinn, die rechte Hand ist eine Beute, eine Beute aus dem Krieg, den man quasi in Gihad, und wenn ich anfange zu reden, dann unterbricht man mich. aber sag die Wahrheit, Lüg nicht. Meine Schwester, meine Schwester, meine Schwester, lass den Bruder reden, stummt euch bitte kurz, ich will, dass er komplett zu Ende redet, keiner soll ihm bitte ins Wort fallen, bitte, bitte. So, und ich bin sehr, sehr, ich bin sehr, sehr wert und schauen, was sie sagen dazu, ob sie wirklich so behandelt werden, so, so wie es hier gerade darstellt, nein, die Frau wird wie eine Königin bei uns behandelt, ja, ihr dürft unsere Frau, nicht mal anfassen, ja, so wie wenn du dich mit irgendeiner Königin treffen möchtest, ja, die darfst du auch nicht anfassen, die Frau ist etwas Heiliges bei uns, vor allem die Mutter, Allah sagt im Quran, du sollst deiner Mutter nicht mal aufsagen, nicht mal aufsagen, wo unterdrücken wir die Frauen, kommt, holt diese Schwestern hoch, die bedeckt sind, ja, fragt doch die, fragt doch die, ob es wirklich so ist, wie gesagt, zu dem Thema, mit Geschlechts, in Sura 4 habt ihr gelogen, in Sura 4 Vers 34 war eine absolute Lüge, hier steht nichts von Engeln, ihr habt gelogen, ich habe es gerade vorgelesen, vorhin noch, Sura 4 Vers 34, da steht nichts mit Engeln, ihr habt gelogen, und dann sagt, ich möchte, Aram, okay, okay, alles gut, alles gut, Aram, Aram, grüße euch, Gottes Segen euch allen, also ich will eigentlich bezüglich diesem Thema nicht viel sagen, weil im Koran kenne ich mich diesbezüglich nicht sehr gut aus, wie gesagt, etwas, was ich nicht weiß, oder was ich nicht schriftlich belegen kann, will ich nicht da irgendwie mit treten, das ist nun mal meine Art, ich könnte natürlich jedes Paar suchen, Paar suchen, raussuchen, raussuchen könnte ich schon, aber ich meine, es gibt viele andere Brüder und Schwestern, die sich damit auskennen, damit brauche ich mich nicht so zu befassen, also von dem her, ja, natürlich kenne ich natürlich sehr viele Freunde, muslimische Freunde von mir, wo wir, sagen wir mal so, unter Freunden diskutieren, und natürlich kenne ich dieses oder jenes, aber schriftlich aus dem Koran zu belegen, weiß ich jetzt nicht, und deswegen sage ich, da möchte ich nicht viel dazu sagen, aus der christlichen Hinsicht könnte ich schon mitreden, das wäre überhaupt kein Problem, aber sonst so, wegen der muslimischen Seite, kann ich da nicht viel dazu sagen. Okay, ich tue euch kurz unterbrechen, unser Bruder kann was dazu sagen, weil dann hole ich den kurz hoch, wir haben jetzt noch einen Platz, ich hole die Leute gleich mal eins nach dem anderen hoch, ich gehe hier runter kurz, dann mache ich ein bisschen Platz, ne? Okay, alles klar. Nein, natürlich, bleib doch da. Ah, okay, 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 bleib. Okay. Also, ich weiß jetzt nicht, was ihr gesprochen hattet, ich habe nämlich einen Anruf, aber Worldwide Muslim, ich weiß nicht, ob du das vorhin mitbekommen hast, du erinnerst dich bestimmt, wir waren vor zwei Tagen gemeinsam in einem Live, und da haben wir über etwas geredet, wo ich dann gesagt habe, ja, das kann ich halt nicht verstehen, so über den Islam, und sonstige Sachen, und da sagtest du mir, du hast dich ja auch so schön verkleidet mit einer islamischen Flagge im Hintergrund und hast dein Gesicht verkleidet und dein Kopf und hast dann zu mir gesagt, ich bringe dir das mit dem Schwert. Erinnerst du dich? Das war ein Witz, Mann. Oder also, ob das ein Witz war oder nicht. Warte mal kurz, Entschuldigung, ich habe mich einmal kurz ausreden lassen. Bitte ausreden lassen. Guck mal, du hast dich quasi begreift, verkleidet, wie so ein IS-Anhänger, sorry, wenn ich das so sage, aber es ist so, und du hast ganz klar zu mir gesagt, ich werde dir das mit dem Schwert bringen. Ob das jetzt ein Witz war oder nicht ein Witz war, ist nicht cool. Ich kann auch nicht durch die Gegend rennen und sagen, ich vergase die ganzen Juden und am Ende sage ich, das war ein Witz. Und schau mal, ich habe hier öfters mein Gesicht gezeigt. Ich bin nicht irgendjemand, der sich hier versteckt oder vor irgendjemandem sich versteckt. Die Leute, die meinen Content verfolgen, weiß, dass es Spaß war, weil ich auf bestimmte Gruppierungen auch in unseren Reihen antworten wollte. Deswegen muss man das jetzt nicht auch so groß reden. Das war ein kleiner Witz. Und diejenigen, die... Ja bitte, ich rede gerade nicht mit dir, ich rede gerade mit dem Punisher, weil er es von mir wissen möchte. Wieso schrafft ihr das einfach nicht? Einfach kurz leise sein. Ich bin doch auch leise. Lumpet euch bitte alle kurz. Bitte. So, noch mal. Die Leute, die meinen Content verfolgen, die jeden Tag bei mir täglich sind, die wissen ganz genau, dass es nur ein Witz war. Die meisten Leute haben gelacht, auch Nicht-Muslime haben gelacht, weil die wussten, worum es da geht. Und wenn du dich angegriffen gefühlt hast, ja, durch meinen Content, dann tut es mir leid. Es war nicht so gemeint. Wie gesagt, ich zeige mich auch hier ganz normal. Ich vermumm mich nicht. Es war nur ein kleiner Joke. Menschlich und moralisch vereinbar, gerade auch mit, ich sage mal, guck mal, du bist ja selber Moslem, ja, und du möchtest ja nicht, dass die Menschen über deine Religion beziehungsweise, sage ich mal, den Islam mit der Daesh in Verbindung bringen mit dem IS, ja. Also ich kenne viele Muslime, die sagen, der IS hat mit uns zum Beispiel nichts zu tun. Meinst du, dass diese Einstellung, vor allem, wenn du dann zu einem Christen, ja, zu einem Nicht-Muslim, vergiss mal einen Christen, zu einem Nicht-Muslim sagst, ich werde dir das mit dem Schwert beibringen und dich dann hier so verkaufst, meinst du, das ist die richtige Vorgehensweise und Art und Weise, wie du deine Religion hier repräsentierst oder sage ich mal, irgendwelche Muslime repräsentierst? Ja, okay. Natürlich nicht. Damit repräsentiere ich niemanden. Wie gesagt, das ist nur ein Joke gewesen. Bruder, wenn du weißt, was ein Joke ist oder bist du auch so verstoppt, wie alle anderen, darf man jetzt nicht überlachen. ich bin, ich bin in dem Punkt, war alles nicht vertretbar, oh mein Gott, Bruder. Ja, ist so, in dem Punkt, WWM, WWM, warte mal, ganz kurz, guck mal, ganz kurz. ein Barello, guck mal, ein Barello, ein Arafat oder so, die stellen sich nicht dahin und verkleiden sich und sagen, ich bringe dir das mit dem Schwert bei oder sonstiges. Guck mal, den ihr Content, den ihr Content ist, ja, ist doch in Ordnung, ich möchte dir nur etwas erklären, du sagst zu mir, du sagst mich, ja, du fragst mich aber gerade, ob ich keinen, keinen Joke verstehe, da sage ich ganz klar zu dir, nein, ich verstehe absolut keinen Spaß, wenn es um Blut anderer Menschen geht, ja, ich kann doch auch nicht hier mich hinstellen, ja, ich stehe mal angenommen, ich wäre ein Deutscher, ich ziehe mir irgendeine Nazi-Montur an, TikTok sportlich, ja, und würde dann über die Juden da so ein bisschen abrotzen und würde dann am Ende des Tages einfach sagen, hey, das war ein Joke, ja, sowas ist nicht witzig, du redest hier vom Blut von anderen Menschen, ja, und sowas ist nicht witzig. Ich habe mit einem Schwert gezeigt, nein, ich habe nur, nein, aber du hast dich mit einer IS, im Hintergrund gezeigt und vermummt und gesagt, ich werde es dir mit dem Schwert bringen, ja, ich habe keine Angst davor, das ist es nicht, aber ich finde diese Einstellung und diese, du hörst mir nicht zu, gell, du hast Angst davor, ich will kurz was, ich habe keine Angst davor, aber ich finde das, ich finde das einfach nur unter aller Sau, wenn ein Mensch sich auf Blut anderer Menschen lustig macht, ich verstehe so vieles falsch, lass mich bitte noch kurz, ich bin noch nicht fertig, ja, ich will noch was sagen, okay, ich will was sagen, wenn man im Glaube ist und wenn der liebe Gott ja so friedlich ist und man ist im Glaube, dann stellt man sich nicht hinter der Kamera und sagt, das mit dem Schwert bringe ich dir bei, kein Gläubiger macht sowas, sorry, I have to speak the truth man, seriously, aber du kannst reden, wenn es ein Christ macht, sagst du? Kann ich schnell was sagen? auch wenn es ein Christ macht? Ja, würde ich schnell was sagen, Bruder, denn ist er ehrlich gesagt, kein Christ, weil kein Christ macht sowas. Ich kenne den Bruder weltweit Muslim, er ist eigentlich sehr nett und unständig, ich weiß nicht, ich habe immer mit ihm mehrere Gespräche, es war immer gut und ich weiß nicht, was jetzt da gerade abläuft, warum ihr ihn so angreifen tut, also aber wie gesagt, ich kenne ihn schon lange und wir haben immer gute Gespräche gehabt, also ich habe nicht gewusst, dass er eine IS-Flacke hat und sich vermummt und dann so gesagt. Aber genau das, wieder locker, aber genau das hat er vor zwei Tage gemacht, ja? das sind Sie vermummt und la ilaha illallah sagt? Nein, nein, nicht la ilaha illallah, du hast gesagt ganz klar, ich werde es dir mit dem Schwert bringen und du hast es doch auch gerade zugegeben, ja? Dass du dich vermummt hast, und im Hintergrund die IS-Flacke hattest. Ja, ich hatte nicht die IS-Flacke, hör auf zu lügen, ich hatte die Läger, also was war das? Läger, hör auf zu lügen. Aha, okay, und wofür steht die IS-Flacke? Wofür steht die in schwarz-weiß? Wofür steht die? Digga, was für in schwarz-weiß? Die war gar nicht schwarz-weiß, ich kann die doch jetzt hier einblenden, man. Was ist los bei dir? Blende mal bitte deinen grünen Hintergrund mit der langgezogenen Panorama-Flacke in schwarz-weiß bitte ein. Nein, das war nicht ein schwarz-weiß. Guck, du lügst, das war nicht ein schwarz-weiß. Nein, ich lüge nicht. Die Flagge war krein. Nein, die war schwarz-weiß. Okay, wollen wir jetzt über die Flagge diskutieren? Das spielt doch keine Rolle. Nein, wir möchten über deine Einstellung, wir möchten einfach mal kurz eine Stellung, guck mal. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, denn nur Jesus kann dich retten. Lassen wir sie einmal, sie hebt schon lange da oben, sonst hat sie nachher noch Handschmerzen bekommen. Ja, danke. Nein, ich wollte noch mal darauf eingehen, ich will nur noch mir bitte zu Frauen in Islam zurückgehen zum Thema. Ich hatte auch viel zu sagen. Wie, wie, wie. Flex, darf ich nur noch einen Satz legen, dann bin ich wirklich raus. Ja, lass mal den muslimischen Bruder bitte reden. Schau mal. Wir müssen uns auch eher nicht, wir müssen uns von niemandem rechtfertigen bezüglich unserem Glaubens. Von niemandem. Wenn ich an etwas glaube, oder eher an etwas glaubt, dann könnt ihr mir sowieso das nicht absprechen, und ich kann es euch sowieso nicht absprechen, wenn ihr doch so wirklich standhaft seid im Glauben. Das gibt für beide Seiten. Das will ich nur noch kurz gesagt haben, wir müssen uns für keinen rechtfertigen, durch irgendwelche Verse, durch irgendwelche Bücher, sonst irgendwas. Wenn ihr an euren Glauben habt, dann predigt euren Glauben. Wir predigen, wir predigen unseren Glauben. Diese Sachen sind bekannt, diese Sachen sind tausendmal widerlegt worden. Das sind alles, das ist gar kein Thema. Leute, ganz ruhig, ganz ruhig kurz. Ich hätte da eine Frage, Bruder. Und zwar, was du sagst, okay, wir können uns da irgendwo einig sein, glaube ich, aber warum, wenn man jetzt, sagen wir mal, sagen wir mal, es ist eine Debatte, mit irgendjemandem, weil ich bin nicht derjenige der Debatten führt, ich bin derjenige, ich biete die Plattform an, ich lese mit, um zu verstehen, was wirklich die Wahrheit ist. Nachdem alles fertig ist, warum gibt es immer danach, also ich rede nicht von dir, ja, warum wird dann immer gedroht mit, ey, wir werden dich finden, wir werden das mit dir machen, warum, wenn man im Glaube ist, warum schreibt man sowas? Ich möchte nur wissen, warum. Okay, darf ich dir auch darauf antworten dann? Ja, ja, bitte. Wenn du jetzt jemanden, mit jemandem falsch sprichst oder keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was du gesagt hast oder wieso diese Leute das tun. Das, was sie tun, ist absolut falsch und verwerflich, denn nur weil du etwas sagst, heißt es nicht, dass es auf Richtigkeit beruht und wenn jemand emotional ist, ja, das ist so wie, kannst du dir vorstellen, wenn ich jetzt kommen würde, deine Familie beleidige, ja, und für die meisten, für einige Leute ist der Glauben halt viel, viel mehr wert, als wie wenn, als für die, als für die Familie und wenn du, wenn ich dann deine Familie beleidige, dann schreibst du mir auch, komm, lass uns treffen, das hat was mit der Person zu tun, das ist von Person zu Person anders und schau mal, ich bin nicht so, ich bin jetzt hier zwischen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Christen und ich rede ganz normal mit euch, versuche euch die Sachen zu erklären, zu erklären, könnte ich ja auch ausrasten und euch private Nachrichten schreiben und euch drohen. Wirst du, wirst du nach dem Stream nicht wieder ein Nasheet auf deine, auf deine TikTok-Seite posten? Deine TikTok-Seite posten? Deine TikTok-Seite posten? Deine TikTok-Seite posten? Guck mal, für mich ist das... Auf diesen Punkt eingehen und dann würde ich runtergehen, weil der Bruder von oben, der meinte quasi, dass es nirgendwo auch steht und hier steht ja geschrieben, der Prophet, Allah segne ihn und gebe ihn Heil, sagte zu diesem Thema, wenn der Frau, wenn der Mann seine Frau zu Bett bittet, sie aber verweigert und er mit Ärger über sie einschläft, verfluchen sie die Engel bis zum nächsten Tag. Das steht ja in Bukhari, Muslim steht hier ja auch ganz groß geschrieben und dann steht ja weiter erklärt da, warum das Pflicht ist und wann sie zu entschuldigen ist, außer, dass sie halt, wenn sie ihre Menstruation hat und so weiter und so fort. Also, da muss ich dich jetzt nochmal widerlegen, nur halt, es geht mir ja um die Lüge, dass das nicht stimmt, was du gesagt hast. Und, genau, nur darum geht's, da steht definitiv... Ich hab vorhin gesagt, ihr habt gelogen, weil ihr gesagt habt, es steht im Bruderan drin und es steht nicht im Bruderan drin, weil es Hadith ist. Und schau mal, wenn du diesen Hadith doch bringst, dann lies doch bitte von Anfang bis Ende alles vor, dass die Leute selbst entscheiden können. Statt, dass du, die Haudi ist zu nehmen. Das heißt also, dieser Hadith ist jetzt nicht mehr authentisch. Dieser Gelehrte ist nicht authentisch, dieser Sahih Bukhari. Was hab ich das gesagt, Bruder? Ich hab... Eber, weltweit Muslim. Weltweit Muslim. Ja, wieder locker. Hör zu. Sahih al-Buhari, ja, Eber, Sahih al-Buhari, 3237. Soll ich vorlesen alles? Nein, nein, ich meine nicht den Hadith, sondern die Erklärung zu dem Hadith, ist das, was sie vorhin aufschlagen. Nein, aber die Erklärung ist da, Lüge mal, Alaska sagte, wenn ein Ehemann seine Frau zu sich ruft, zu sich ins Bett ruft, daher Geschlechtsverkehr und sie sich weigert und ihn im Zorn schläft, lässt, werden die Engel sie bis zum Morgen verfluchen. Da brauche ich keinen Scharer zu Hadith oder was auch immer. Das ist ganz klar, oder? Bruder, darf ich was dazu sagen? Nein, Leute, guck mal, die Schwester, Schwester, du hast doch gerade die Seite aufgeschlagen. Dann bitte liest doch wirklich von Anfang bis Ende damit versucht, wenigstens ihr, damit ihr es versucht zu verstehen. Ihr müsst es nicht annehmen, ja? Nicht annehmen, ich sage nicht, nehmt es an. Aber wenn ihr schon etwas erklärt, dann liest doch von Anfang an alles. Weil du hast gesagt, ja, hier wird das alles noch erklärt, aber was ist die Erklärung jetzt? Dann zeig uns doch mal die ganze Erklärung, liest doch mal alles vor. Ja, die Erklärung ist ja nicht viel anders, weißt du? Es wird halt noch ein bisschen mehr geschrieben, wann sie verfrucht wird und wann nicht. Dann bitte liest alles vor. Warte mal, wann sie zu entschuldigen ist und wann nicht. Das heißt, in Ramadan ist sie in einer bestimmte Zeit zu entschuldigen und wenn sie ihre Periode hat, ist sie ja auch noch mal für entschuldigen. In dem ganzen Text steht jetzt nur in Ramadan oder was? In dem ganzen Text, den du jetzt vor... Dann liest doch einfach vor. Ich will es auch wissen, ich weiß es nicht. Genau, also ihr wisst ja, wo es steht. Macht das am besten selber. Na, aber warum? Guckt, das ist falsch. Leute, lasst mich machen. Ich habe alle Erklärungen da. Ich habe einen ganzen Vortrag über Frauen in Islam. Das ist falsch. Okay, wir lassen Urben reden. Genau, und ich würde mich dann verabschieden. Danke dir vielmals. Leute, wie gesagt, ich gehe jetzt hier raus. Das ergibt keinen Sinn. Wenn wir es schon machen, dann... Lass ihn rausgehen. Lass ihn rausgehen. Lass ihn rausgehen. Ich habe vorhin schon gesagt, ich will nur noch einen Satz haben. Gottes Segen, ist doch nicht schlimm. Gott segne dich. Gottes Segen, Gott sei mit dir. Alles gut. So, Götte Segen euch. Ich würde mich auch verabschieden und danke nochmal. Dankeschön. Danke schön. Und dann auf einmal. Gottes Segen. Gottes Segen allen. Du wirst dich einmal kurz was sagen. Ich wollte nie... Natürlich, Bruder. Natürlich. Alles gut sein. Alles gut, Bruder. Kannst reden. Ich wollte einmal kurz noch auf diese Sache, weil ich bin eigentlich deswegen hochgegangen. Von wegen, ich habe ja nur einen Spaß gemacht. Ich werde es dir mit dem Schwert beibringen. Mohammed sagt in einem Sahih-Hadith, in Sunan Ibn Majah, sagt er, Wer immer seine Religion wechselt, der muss exekutiert werden. Ich bin selber Ex-Muslim. So. Jetzt frage ich... Ach, schade, jetzt ist er gerade rausgegangen. Alles gut. Jetzt frage ich allen Ernstes, jetzt frage ich allen Ernstes, mache ich darüber einen Spaß, dann zu sagen, ich werde es mit dem Schwert beibringen, wenn Leute, die ihre Religion wechseln, getötet werden. Ist das meine Art Humor? Wenn du das lustig findest, dann gerne, dann komm hoch, dann erklär mir diesen Humor. Ich will den auch gerne wissen. Jetzt ist er wieder da. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Subhanallah, ich will rausgehen, aber es kommt, glaube ich, nicht dazu. Okay, darf ich? Okay. Ich habe deine Frage verstanden. Wie gesagt, ich habe mich vorhin bei diesem Kollegen entschuldigt, wenn er es ernst genommen hat. Und ich muss mich nicht vor die Rechtswerte hin, wieso, weshalb, warum ich es getan habe. Aber zu dem Punkt mit dem Schwert, dass man einen Murth hat, ja, köpft. Richtig? Darauf willst du ja hinaus. Ja. Okay. Das sind die Gesetze in der Scharia, mein Lieber. Das ist eine ziemliche Bedeutung, denn nur Allah kennt dein Herz. Und wenn du die Wahrheit kennst und du sagst, ah, ja, es gibt Urteile in der Scharia, die kann man nicht leugnen. richtig die kannst du nicht leugnen es sind gesetze festgeschriebenen gesetze wie die gesetze dieses landes und wenn du eine muttert köpfen sollst nur weil er du bist auf sturm flex da ist auch sturm auf sturm bisher der fix ist leider auf sturm ich höre ich auch nicht dafür lobe ich dich bruder dass du jetzt endlich die wahrheit sagt ich sage die wahrheit warum soll ich davor abhauen jetzt moment leute ruhig ganz kurz ganz kurz leute jetzt sagst du die wahrheit und genau das wollte ich wissen nur die wahrheit wollte ich wissen und das hast du jetzt gerade gesagt perfekt das wollte ich wissen ja schon mal das was ihr so als abwertend sieht jetzt ja hat etwas mit eurer moral zu tun aber moral spielt bei uns keine rolle wir gehen nur nach dem was allah offenbart hat und wenn ein muttert doch das hat was mit deiner moral zu tun wenn ein stell dir mal vor du bist jetzt hier in deutschland gegen die demokratie du gehst raus und predigt gegen die demokratie was macht man in deutschland das macht ihr muss sie mit dem was soll leute und stimmt euch bitte kurz bitte das geht so nicht lasst den bruder reden bitte kurz so war ich jetzt den faden wieder von und das meine ich dass das regt wirklich auf es tut mir leid ich entschuldige mich dafür ich entschuldige nicht nur das und protestieren würdest dass die demokratie falsch ist dass du gegen die demokratie bis ein feind der demokratie wärst in deutschland ja dann würde man sich sofort einsperren ja weil das festgeschriebene gesetzes bild sind die du hier nicht kritisieren kannst und nicht ändern kannst und genau das haben wir auch in unserer scharia es sind festgesetzte gesetze festgeschriebene gesetze die du vielleicht für dich kritisieren kannst aber wenn du dann auf die öffentliche straße gehst ja das müsst ihr euch vorstellen stellt euch vor ich lebe hier im friedlichen deutschland ich habe hier keine probleme ich gehe aber auf die straße und sagt ja deutschland ist so die demokratie ist so durch die demokratie habe ich dies das bla 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 und jenes was mache ich dann im internet ich greife die demokratie an und ich greife die leute an die für diese demokratie sind das heißt ich störe diese leute und wenn ich jetzt ein muttert bin ein abtrünniger bin warum muss ich dann öffentlich auf die straße gehen ja und dieses predigen wenn ich doch für mich kein muslim mehr bin dann muss ich mich von niemandem rechtfertigen ja vor keinem da muss ich nicht rausgehen und das predigen dass ich kein muslim hin bin wie viele andere ex muslime ist hier auf tik tok tun ich bin ex muslim hört mir zu der islamist leute die menschen haben allein verstand weil sich wirklich wirklich damit dafür interessiert dann beschäftigt er sich auch mit diesen themen ob viel oder wenig aber jemand der sagt öffentlich ich bin ex muslim der möchte damit sagen was der islam ist so und so er redet von seiner sicht er redet von seinen persönlichen erforderungen ich muss mich gut stoppen bruder ich du weißt ich bleibe immer neutral aber wenn jemand von etwas aussteigen tut der hat es immer sein grund warum weshalb wieso das heißt also für mich wir müssen jetzt ehrlich miteinander sein okay diese person ist so tief in den schriften reingegangen dass er gewisse dinge gelesen hat und erst das lange verarbeiten musste das heißt also er hat es verstanden so und wenn er das verstanden hat und austreten tut weil diese sachen für ihn zu sagen wir mal kranz es ich habe keine ahnung ich bin noch nie so tief wie gesagt reingegangen in der materie vom islam aber ich rede jetzt von mir ich gehe stark davon aus das ist jemand der ist verstanden hat und raus geht weil er sagt nein ist too much das kann ich nicht das geht nicht mit das kann ich mit meinem kopf nicht vereinbar und davon gehe ich als stark aussüchtig richtig das kann er doch tun aber warum geht er dann an die öffentlichkeit und predigt das weil er das sagen wir mal er möchte die wahrheit entlarven davon gehe ich mal aus aber das ist doch seine sich bruder das heißt doch nicht warum seine sicht wenn er sein moment warum 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 seine sicht wenn er aber aus diesen versen raus zitiert warum ist es dann seine sicht weil es sein verständnis ist von diesen versen aber wir gehen nicht nur um sein verständnis er zitiert die wörter da drin das ist aber diese wird haben auch eine bedeutung und diese wird ja und dazu schlägt man die tafs ihre und die hat diese auf richtig oder falsch warte nicht nur das das heißt ja guck mal es gibt halt sachen die man den nicht so erzählt ja weil du auch mit den ersten drei generationen also auch verse und hadith verständnis mit den ersten drei generationen haben muss das heißt vom propheten soll alle was sollen weil er derjenige ist der den koran am besten gekannt hat dann von den sahabern also seinen gefährden mit dem verständnis davon wie sie gelebt haben und den tabion und die tabi tabion mit dem verständnis wenn sich etwas im kontext von dem sich widerspricht wenn sich nicht richtig mit dem verständnis von ihnen ist das nicht der islam verstehst du und deswegen kann es das heißt also du hast jetzt gerade bestätigt es gibt es gibt tafsir und hadith die sind gar nicht authentisch richtig es gibt natürlich auch tafsir die falzen es gibt auch an dieser moment das heißt also es gibt ja verdammt viele updates dann nein eben nicht schon natürlich weil ja diese sind nicht authentisch also sind es verschiedene hat die sagen wir mal punkte die gar nicht übereinpassen aber denn dürfen diese hat diese und tafsir die menschen nicht in die irre leiten also gibt es verdammt viele updates ich verstehe falsch flex du verstehst falls sie nehmen nur das was ihnen passt um zu täuschen verstehst du heute ist das gut und morgen ist das gut und den gewann ich das schwert auf dein kopf bestimmt euch mal kurz du hast jetzt ein punkt genannt wo ich mir echt gedacht habe so ok bruder jetzt muss mir gut zuhören oder ne nehmt es will ich was ich sage weil ich bin total neutral wo ich sage ok so was jetzt gerade eben bestätigt so bitte stimmt euch alle du hast jetzt gerade eben bestätigt ok es gibt natürlich diese und tafsir die nicht übereinstimmen denn habt ihr updates ja dann passen dafür steht die lassen gar nicht zusammen oder darf ich darf ich dir das erklären wenn du es mich das ist respektlos das finde ich wiederum respektlos aber wurde ich bin schockiert ich sage dir doch aber du kannst doch die erklärung nicht lass mich dir das doch erklären warum es so ist es gibt sogar noch eine erklärung dafür ok dann sagt mir guck mal die hadith wissenschaften ja ist eine bestätigte wissenschaft das heißt jeder der hadith studieren möchte muss das lernen es gibt hadith die gesund sind die authentisch sind die schwach sind die unterbrochene überlieferungsketten haben das ist eine wissenschaft die musst du studieren weil hadith xy die jetzt zum beispiel auf sunnah.com ist ne wer sagt ihr denn jetzt die wissenschaft das ist eine eigene wissenschaft das studieren leute zehn jahre lang und ihr kommt aus der ecke nimmt ein hadith sagt guck da steht aber hier in diesem hadith es gibt extra zähne muslim ich bin ex muslim kann darfst du ein hadith ablehnen die daif steht es ist daif darfst du das ablehnen bruder etwas was schwach ist aber die gefragt darfst du ablehnen ein daif hadith ich lehne nicht ab ich nehme also also du darfst nicht ablehnen nur wenn es gelogen ist noch nicht mehr zu probieren nicht hier schon mal probieren nicht hier zu lügen ich wird weit muslim dies an bruder ich stimme ein kinder die frage ich darfst du aber nicht ablehnen ich sage gerade gesagt als ist bruder aber auch wenn es nicht falsch ist und erzählen die durch ihn ablehnen du darfst nicht ablehnen wenn er da ist du darfst nicht ablehnen ich nehme da kann ich nicht sagen du darfst es dann habe ich eine gegenfrage an dich wer sagt dir denn dass du es nicht ablehnen darf das sagen alle gelehrte weil der daif hat dies ist schwach und nicht gelogen es ist nicht mal du und die gelehrte benutzen die daif hat diese dann darfst du aus kleinem mann nicht sagen nein ich nehme es nicht an du musst es annehmen wenn der gelehrte zitiert muss es annehmen du kannst nicht sagen ich nehme es nicht an wenn es gelogen ist zu sagen nein ich nehme es nicht an aber die gelehrte selber benutze die daifa diese für ihre erklärung im islam sogar in deine wo die erklärung zu der hat diese benutzt sie auch nachher nur noch solche daive hat ist ja dann habe ich noch eine frage an die spiele soll ich lieber sagen nehmen oder da ich ein sag ich habe die ich bedeutet stark ja also ich darf es in welchen waren es oder einen nehmen der schwach ist ok ganz kurz ich will eine spezielle frage stellen weil ich bin total fassungslos wenn ich ehrlich bin ich daran weil du dich mit mehreren themen beschäftigt und das ist moment moment du darfst mit vielen themen beschäftigen oder ganz kurz ich bin nur kurz zu sagen ich verstehe deine sicht wirklich ich verstehe deine sicht aber ja nur ein tipp geben jemand der nicht schwimmen kann der wird auch in einem meer nicht schwimmen in einem see nicht schwimmen in ein fluss nicht schwimmen sogar in einem bach nicht schwimmen du musst aber es geht jetzt gerade nicht im bach schwimmen und sonstige schwimmen denn ich will dir eine frage stellen richtig aber du von ja ok ok dankeschön weil wir wollen nicht philosophieren guck mal oder was ganz ganz wichtig ist darfst du die kann diese weil du hast ja selber gesagt weil ich habe keine ahnung ich will ich will es kenne ich will es wissen ich will nur die wahrheit wissen so die frage ist du hast gesagt es gibt diese und taxiere die natürlich nicht authentisch sind ok kein problem die frage ist darfst du hat diese und taxiere ablehnen im glaube wenn du glaube schon islam ist darfst du die hat diese und taxiere ablehnen darfst du das schon mal das war mit dem schwimmen gerade gemeint mit dem beispiel beantworte meine frage ich lehre dich an ich sage dir doch gerade das hat nichts mit schwimmen zu tun hat das hat nichts zu machen schwimmen weg nein schon mal wenn du mehrere kochrezepte hast ja dann heißt es du steht jetzt geht es um kochrezepte mehr ja ich erkläre dir das doch dass du verstehst man was ist los willst du die erklärung oder oder willst du einfach nur mit dem kopf wackeln bruder wir sind schön jetzt so wenn du zum beispiel tafsirer hast ja wo sich der eine trifft sie mit dem anderen widerspricht wo du sagst es doch komisch das doch jetzt cringe diese sachen müssen auch von den gelehrten bestätigt worden sein diese sache müssen bestätigt worden sein warum weil ich kann doch dann auch flex das kannst du auch tun da könntest theoretisch jetzt schreiben tafsir eben kefir gerade eben kefir hat das und 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 das gesagt ist authentisch wer prüft denn aber das ist wirklich authentisch ist woher wissen wir denn überhaupt das ist auch also habt ihr updates kummer du hast es nicht verstanden ich dachte du bist mächtig in der sprache ich würde gerne mal ganz klagen okay lasst mal abu malik reden ich will dass unser bruder unser muslimischer bruder malik bitte redet ganz kurz stummen vielleicht kann abu malik mir eine antwort geben bruder erstmal gottes segen wie geht's dir mir geht's hervorragend ich bin nur ein bisschen fassungslos gerade ich versuche das gerade alles kennenzulernen und diese ich habe so viele fragen und antworten gestellt und dazu ja moment du kannst gleich reden bruder und ich habe tausende verschiedene meinungen tausende updates das ist unglaublich deswegen vielleicht hast du mir was zu sagen oder sagen wir das bitte ich höre dir nicht das erste mal zu ich höre schon häufiger zu und ich bin jetzt circa seit einer stunde in eurem stream dabei ich habe anfrage gestellt aufgrund zwei sachen ja was gerade für dich war das fragwürdig wie engel menschen verfluchen können richtig ja ja war so der hauptpunkt weswegen ich mit dem mal darüber sprechen wollte zunächst einmal lassen wir es mal so stehen jesus gott oder allah gott der schöpfer das lassen wir erst mal so stehen hier ist klar und deutlich allah ist der schöpfer und er ist was alles erschaffen hat darunter auch die engel die engel die engel man könnte das so wenn man das jetzt so betrachtet sagen das sind die die vielen arbeiten er beauftragt es gibt einmal der engel der todesengel der die menschen die seele nimmt der engel der zu den gesandten geschickt wird um ihnen die botschaft zu übermitteln also daraus entnehmen wir dass die engel die sind die allahs gesetze auf erden voll vollbringen ja um darauf dann zu kommen und zu sagen wie kann es sein dass die engel verfluchen ja zunächst einmal wenn es um verfluchen geht worüber sprechen wir eigentlich ja wenn jetzt zum beispiel ihr habt das thema war bei euch meidet die frauen in den ebett wenn sie wenn sie wenn sie ungehorsam sind schlaget sie ja zunächst einmal auf schlagen ist nicht dass das wort schlagen ist ja nicht dass du die frau jetzt einfach mal kaputt schlagen willst ich glaube der bruder wwm hat das gerade schon einmal gut erklärt ja mit schlagen ist zum beispiel beim ersten mal beim zweiten mal beim dritten mal warum gibt es diesen diesen kontakt nicht mehr zwischen mann und frau ja dass das rechtfertigt dass zum beispiel dass es irgendwann auch nicht mehr geht ja damit ist das schlagen man das schlagen ist dass du nicht dass du sie jetzt einfach mal hier kaputt schlagen sollt und richtig auf sie losgegen so gehen sollst ja schlagen ist beispiel so ein kleiner klatscher das ist mit schlagen gemeint das ist trotzdem eine straftat stimmt nicht es wird sogar gesagt dass der abu malik lassen dass den abu malik bitte genau das ist der punkt bruder der zweite punkt ist mit dann kam ja eine frau nur jesus rettet hieß sie glaube ich die hatte da was auf arabisch ein hadith oder so gezeigt das war meine zweite sache zu dass der mann der haupt der frau ist jetzt gehen wir mal ganz 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 weit zurück abu malik ganz kurz du kannst weiterhin das heißt also schlagen wird anders sind also ich ich versuche es zu verstehen das schlagen heißt also nur so und das war's ich höre dich nicht so du hast dich gestimmt du hast dich gestimmt mit dem klagen ist jetzt heißt das ist nur so die frau kaputt schlagen soll ja weil wer ist die frau letztendlich die frau ist die das ist die partnerin des mannes und wenn 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 ein paar der das soll auf ewigkeit gehen das soll nicht auf heute und morgen geht ich rede von mir selber ich bin seit zwölf jahren verheiratet ich persönlich kann mir nicht vorstellen meine frau zu schlagen weshalb auch immer ja aber zum beispiel es gibt sachen zum beispiel jetzt meine zweite sache ist das ist das ist in dem thema auch sogar drin wenn jetzt der schöpfer hat den engel befohlen auf erde zu gehen schwarze weiße braune erde zu und hat daraus den menschen geformt adam und aus adam aus 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 adams erippe hatte eva erschaffen darüber kommen wir zu wieder zum der haupt der haupt der frau also dann müssen wir ganz gesundes menschen verstanden gott hat aus der rippe von adam eva erschaffen ja oder wir reden doch gerade von schlagen schlagen und das andere thema du bist komplett wieder weit weg vom thema oder ich habe ja zu dem thema was gesagt ich habe ja das ist ja für mich ist das ja ein zusammenhang also das erste thema mit dem schlagen habe ich hast du mich ja gerade gefragt wie das ist ist wie das mit dem schlagen ist das schlagen ist ja das ist es geht hier um was kleines es geht hier nicht um du sollst die frau hier blutig schlagen oder wo steht das wo steht das wie du schlagen sollst weil ich kann jetzt quellen bringen wie die sahaba ihre frauen verprügelt haben wie mohammed eiche verprügelt hat grün und blau das wird so beschrieben wo steht das bei dir dass du dir aus ja lass mich mal reden wir müssen mich ja nur reden lassen ich habe ein ganzes buch über frauen in islam zu hause geschrieben oder urband das wissen wir dass mohammed seine frau abu bakker hat eiche geschlagen tschuldigung ich habe nicht versprochen ja aber wackel hat eiche geschlagen ganz ehrlich wo da ich sagte mal was er redet doch mit quellen hört auch zu philosophie redet sogar mit was zu schlagen das und die breite stadt sein ich bin hier nicht reingekommen und mit mir oder mit jemand anderen zu debattieren mein hauptpunkt warum ich reingekommen bin ist um die zwei fragen die haben mich so ein bisschen gestört beziehungsweise der bruder flex behauptet dass er auf der suche ist nach der wahrheit oder es verstehen möchte ja diese zwei fragen haben mich interessiert und ich wollte gerne darauf mit ihm eingehen ja wie das aus muslimischer sicht ist wenn du mir jetzt mit mir darüber streiten willst was in den hadithen steht und mit quellen und mit etc oder ich sag dir ganz ehrlich wir als muslime und ich glaube ich rede dafür die für die mehrheit sind der festen überzeugen dass der islam der wahre weg ist und dass die hadithen und der koran dass die die wahrheit ist und ich gehe auch davon aus dass die mehrheit der christen daran festhält was in der bibel steht ja und wir ein muslimer abu malek sorry kurz ganz ganz gut ja ganz gut und zwar unser bruder ww m2 also hat ja gemeint denn es gäbe hat diese und tafside die nicht authentisch sind mein bruder abu malek darfst du hat diese und tafside im islam ablehnen und sagen nein damit bin ich nicht einig darfst du das es gibt einmal authentisch hat man muss sollten oder 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 bitte ich möchte nur dass du meine frage beantwortet ich komme darauf ich komme ich höre dich auch ganz schlecht weil du hast deine hand im mikrofon irgendwie keine ahnung ja es ist wie als hättest du deine hand im mikrofon also man hört dich schon aber gedämmt jetzt höre ich dich gut jetzt höre ich dich gut bruder schau zu dem habe ich komme auf dem was du gefragt hast aber ich kann das nicht mit einem satz beantworten ja zu dem hadithen es gibt einmal authentisch hat diese und es gibt einmal nicht authentisch hat diese so jetzt muss ich dich kurz unterbrechen das heißt also es gibt ich muss das so aussprechen das heißt also es ist ein update der komplett falsch ist der nicht authentisch ist die gelehrte sind sich nicht einig denn es ist aber eine lehre weil die leute nehmen das anlesen ist und sagen hey das ist authentisch dann kommt der andere sagt nein das ist nicht authentisch so das heißt also es ist nur eine lehre unterwegs weiß was ich meine könnte man könnte man so betrachten könnte man also also sind jeder eine meinung nein nicht jeder eine meinung schau es ist ganz einfach ja wenn du heute eine umfrage machst ja eine umfrage wovon leute gehört haben oder leute fragen gestellt worden sind und die mehrheit die mehrheit sagt zum beispiel zu dem das ist richtig das ist authentisch und dann gibt es aber eine andere frage da wird das wird mit weniger beantwortet wonach richtest du dich nach der mehrheit oder ok steht nun mal die wahrheit moment moment zum beispiel mal ich habe dich verstanden aber meine frage wurde nicht desto trotz immer noch nicht beantwortet und zwar die frage ist darfst du tatside und hat diese ablehnen und sagst nein du bist nicht dafür denn das stimmt nicht denn nur das was im koran steht ist das wahre aber du lehnt gewisse tafside ab die sagen wir mal bestimmte sachen beschreiben würdest du diese tafside ablehnen also diese hadith und tafside ablehnen sagst nein du bist nicht dafür ich weiß es tatsächlich nicht das ist da fisch antworten bitte das ist wie schon gesagt ich bin nicht hier zu debattieren das ist keine moment stopp das ist keine debatte ich bin nur derjenige der gerade aufschreiben tut ich schreibe sie mir auf und versuche zu herauszufinden ob das so ist oder nicht aber okay aber meine ganz kurz wir lassen es nur zwei kurz mal sprechen weil er wollte die ganze zeit was sagen jetzt mein oder oder schau mal wenn die frage ich stelle dir eine gegenfrage damit du verstehst okay wenn es für dich in ordnung ist stell dir vor wie wie kannst du denn wissen was authentisch und was unauthentisch ist theoretisch gesehen könnte ich ja einfach ein hadith auch schreiben ja auch ein tafside schreiben und sagen hier ich habe einen authentischen hadith wie man oder ich verstehe gegenfrage oder du hast es echt nicht verstanden also den abu malik der ist wenigstens ehrlich er sagt er weiß ich finde seine antwort schon viel viel besser das ist eine ehrliche antwort sondern du sagst aber jetzt ein hadith wurde geschrieben moment 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 wohl wohl 2 nimmst mir nicht böse aber ich nehme dich jetzt richtig an die mangel mein freund jetzt musst du gut zuhören weil am malik war wenigstens ehrlich gesagt er weiß ich nicht diese antwort finde ich schon viel viel besser weil er ist ehrlich zu sich selbst so aber jetzt nehme ich dich richtig an die mangel mein bruder so ich hab dich gefragt das was ich dir jetzt gestellt habe du hast gesagt es gibt ja diese die nicht authentisch und du konntest mir darauf keine gescheite antwort geben unser guter ab und leckern aber das ist noch mal die antworte dir was du hören möchtest das ist nicht was ich hören möchte ist eine frage an dich mal ich sag dir fragt noch mal ich sage doch bitte stell jetzt noch einmal konkret eine frage ich antworte dir versprochen okay 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 ich frage dich das jetzt und wir wollen bitte ist es ganz wichtig keine philosophie bei wenn angefangen wird zu philosophieren stopp ich das ding ganz schnell also andere erstes question again darf man tafsir und hadith im islam ablehnen world war 2 ja oder nein ja wenn sie kuford beinhalten das heißt okay du bist raus aus dem islam man darf keine hadith und tafsir und tafsir und nein das entscheidest nicht du flex ich sage die man man muss die hadith akzeptieren bei allah musst du nicht wenn sie kuford beinhaltet das steht im koran du hast recht er hat recht jungs bitte höre dazu er hat recht im unrecht die habe vorher gesagt wenn gelogen ist dafür ablehnen aber da ich dafür nicht ablenen und das ist das was mal ich jetzt gerade gesagt hat er hat er weiß es aber weiß es ganz genau das sahi hassan und da ich dafür nicht ablenen die dürfen nicht ablenen nur wenn es gelogen ist und gelogen das behauptet kuford das ist ein hat dieser kuford behauptet ich meistens gelogen ja also wenn es kuford beinahe muss ich nicht alles und muslim überliefert haben müssen die sowieso an dem buchhari dürfen nicht leugnen buchhari ist nach dem koran das zweitwichtigste buch für die muslime genau ich wollte sich die erklärung haben brudig guck mal daiv und und stark stark und schwachen vergleichen wir mal wenn jetzt ein hadith da ist wo wo es drin steht dass das stark ist und authentizierte natürlich authentizierte ist weil da könnte ich theoretisch alles schreiben und wenn es eine hat dies gibt der schwache ist ja welchen von beiden nämlich nämlich den hier nämlich den hat dies der stark ist oder nämlich den hat dies der schwache ist also mache ein beispiel hört so damit ihr verstehen hier schon es gibt ein hat dies die besagt dass der prophet mohammed auf die torah geschwören hat das passt euch nicht und dann sage dir das ist hassan oder das ist daiv weil dort drin steht dass der prophet mohammed auf die torah geschworen hat und das sieht man die heuchler ist schon nur weil es euch nicht passt sagen die schnell nein es ist daiv und daiv wer entscheidet was daiv ist oder nicht eure gelehrte ein gelehrter sagt es ist daiv der andere kletzte sich hat sondern der gelehrter sagt dann wiederum ist ich sage hier und das ist dann die diskussion aber kein darf es ablehnen kann ich was vergessen das bruder was diese aussagen müssen doch von anderen gelehrten bestätigt worden sein schon gelebt haben der imam al-bukhari hat es in sein buch genommen und es für authentisch erklärt ihr kommt die erneuerer ihr seid alle erneuerer und in der hd steht sogar wer eine bide begeht ein erneuerung macht muss getötet werden und die erzahlen als ich da und so aber ich spiele zwischen euch wieder locker ganz kurz ich möchte eine ich möchte etwas zum abschluss bringen also wenn es er hat klipp und klar gesagt jeder der hier zugehört hat er hat klipp und klar gesagt also wenn diese hat diese sagen wir mal müll beinhalten das hat er selber hier gesagt denn darf man sie ablehnen so das heißt also du hast wieder du hast gesagt dann zitieren meine worte aber lüge nicht oh mein gott ok nein runter mit dem der lüge ist das geht nicht runter mit dem wir reden mit abu malek weil das ist der lüge gerade eiskalt hat er vorhin gesagt wenn dieser hadith oder tafsir etwas beinhaltet was nicht sagen wir mal die wahrheit entspricht denn darf man sie ablehnen das hat der klipp und klar hier erwähnt und jetzt sagt er nein du lügst wie kann man wurde verdrehen bis zum geht nicht mehr das ist ja schlimm alter das ist ja schön der hört sich selber nicht reden der hört sich selber nicht reden lügt sagt nein das war so und lügt noch mal gleichzeitig der kommt nicht nur noch eins nach dem anderen genogen das geht nicht wir lassen unseren bruder abu malek wenigstens reden weil er war wenigstens ehrlich und hat wenigstens gesagt das ist etwas was er nicht weiß also gut abu malek du kannst reden ich habe eigentlich alles dazu gesagt für mich ging es eigentlich um die hauptpunkte worüber du am anfang so ein bisschen das frage gestellt dass ob engel menschen verfluchen können was hinzukommt ich weiß auch gar nicht ob es so drin steht ja das ist nur einfach für mich ist gesundes menschenverstand ja der eine wird jetzt sagen red mit quellen oder kommen mit quellen für mich ist ja auch mal man sollte sich jetzt man natürlich sollte man als gelehrter oder ein der sich mit dem glauben befasst natürlich sollte man zu den heiligen schriften springen und da recherchieren ja und nicht einfach philosophieren ja das ist selbstverständlich aber auch manchmal hilft das herz und dem verstanden den menschen ja über uneinigkeiten die wahrheit auch vielleicht zu finden ja aber ich finde es gut du bist sehr sehr entspannt du redest entspannt wirklich leute bitte gibt ihnen alle respekt weil wirklich ganz ehrlich der rede sehr entspannt das gefällt mir mit ihnen kann man reden leute lex ich küsse deine augen schau das problem ist du wirst es mir nicht recht machen können und ich werde es dir nicht recht machen können deswegen ist ich ich ärgere mich ehrlich gesagt über diese ganzen debatten die hier auf tik tok stattfinden und diese provokationen von den menschen die hier stadt stattfinden der muslim provoziert dem christen der christ provoziert in dem muslim also jeden tag jeden tag wie habe ich dir was sagen abu malek in mein content also wenn die leute reinkommen ich du bist sehr entspannt das gefällt mir in mein content wenn die leute hier reinkommen ist mir wichtig dass wir zueinander finden und hier vor allem in meinem channel dass wir schöne gespräche haben können das ist mir sehr wichtig dass wir darüber reden können okay was können wir besser machen was ist denn falsch was ist richtig wir führen hier sehr respektvolle konversationen weißt du was mir nicht gefällt wenn man etwas zitiert und gleichzeitig zum beispiel gestern hatten wir hier diskussionen hier drin gehabt ja da ging es um jesaja und da hieß es da wird jemand prophezeit und ich habe es dann gelesen okay und dann habe ich mir gedacht so okay jetzt taucht der name jahwe auf und dann habe ich diese person gefragt ja hey weil er weiterlesen wollte und wollte das komplett überspringen Wer ist jahwe dann hat die person gesagt ja gott und habe gesagt okay gott aber der name jahwe wer ist jahwe so dann hat die person gesagt gott und habe gesagt weißt du was jahwe heißt eigentlich jesus aber okay so erstens in dem ersten satz hat die person sich eigentlich quasi selbst einen knockout gegeben ich habe niemanden widerlegt sondern ich nehme die person richtig an die mangel wenn ich merke es wird angefangen zu lügen da fange ich an die person richtig an die mangel zu nehmen weil das gefällt mir nicht wenn man ist vollkommen richtig was jahwe betrifft ich weiß es nicht ich weiß dass man da auch von gott redet ja ob das jetzt er ob die bedeutung jetzt jesus ist nicht jesus wer ist überhaupt jesus im islam jesus hat eine ganz hohe stelle im koran im islam jesus ist jesus wird auch ruch genannt das geist gottes ja also wir sind uns schon wir sind uns schon sehr ähnlich wissen schon sehr nah beieinander ja bruder und wir die ein die glauben jesus ist gott ja gottes segen und für die ein der glauben dass es ein prophet ist auch gottes segen jedem seins leck um die nekommelier dien mir mein glauben und euch euren glauben natürlich kann man debattieren natürlich kann man sich darunter aber weißt du was was schlecht ist ja schau mal in tik tok vor tik tok vor dieser zeit vor tik tok gab es ich kenne sowas gar nicht diese ganzen debatten was hier auf tik tok los ist ganz ehrlich ich kenne sowas nicht im normalen leben auf der straße hast du das auch nicht dass du dich damit ein fast tot schlägst ja weil ihr euch da uneinig sein ja das ist nur auf tik tok christus kind bitte 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 christus kind keine provokanten bilder also ich denke das ist jetzt nicht so schön ja nur nur das bild weg machen alles gut nur das bild nur das ganze zeit aber oder wie gesagt ich gehe auf sowas gar nicht ein da muss jeder neben dem anderen der gelogen hat ich finde das christus kind kenne ich auch wir haben uns auch schon ein paar momentan für mich persönlich ist ich je auch wieder locker ich habe auch mit ihm schon mehr für mich ist ich komme hier rein ja ich sag meine meinung und bleibt dabei immer sachlich ja weil ich glaube flex oder nur gott kann jemanden recht leiten ja also neben dem wahren weg zeigen ja der eine meinte für sich gefunden zu haben und der andere meinte ist noch versuche jeden sein glauben bruder warum sollen wir sind am ende des tages sind wir alle aus allem erschaffen ja und unser feind sollte nicht unsere 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 brüder die christen seien oder die juden oder anderes unser feind ist tatsächlich der scheitern der teufel das ist der der das da der das feiert was dankeschön dankeschön danke das geht doch die christen sind die für mich ich habe genug brüder christen auch juden auch jesiden auch mir ist der glaube egal jeder wird alleine vor also ja leute respekt an abu malek sehr schöne worte und richtig schön gesagt leute und das ist für mich ein sehr schöner abschluss ein sehr schöner abschluss leute sehr schön gesagt so einen der der sagte gerade die wahl wie es ist und das finde ich gut super nicht er sagt die wahrheit er versucht nicht irgendwas zu verdrehen super bombe beim bio schreibt einer ja ansonsten leute eine kleine pause jetzt ich muss jetzt eine kleine pause machen ich bin jetzt etwas müde ich muss mich noch kurz hier auf den eingehen du liebst nicht nach schöne worte aber danach liebst du nicht nach dem koran bruder schaue ich sagte mal was was sagt der koran was sagt der koran heißt es dass ich dich jetzt bekriegen soll weil du einen anderen glauben hast nein das sagt der koran ist friedlich ja wenn man den koran für sich als waffe widerlegen will kann man das es gibt genug menschen die 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 lebende koran ganz anders wie ich ganz in islam ganz anders wie ich ja ich kenne zum beispiel leute mit dem habe ich mich auch unterhalten ja die sagen bei manchen sachen direkt kv kv du bist ein unglaublich bei gewissen sachen schon ja also glauben ist was leicht ist und nicht was schweres jeder muss selber wissen wie er mit seinem glauben ich habe eine ich habe eine verwarnung bekommen ich weiß nicht warum ja ich glaube das ist wegen meinen stift hier okay nicht so schlimm leute jetzt mal ich komme gleich ich komme gleich ich komme gleich ja leute ich mache dann jetzt mal eine pause wir können später dann diese diskussion dann durchführen aber über was anderes über viel viel schönere dinge ich will zum abschluss einfach noch mal bringen leute liebe geht raus an jede nationalität auch respekt an abu malek und leute ihr könnt alle folgen liebe geht raus alle bitte folgen liebe zeigen und ja meine lieben später bin ich dann noch mal live noch mal abends vielleicht abends genau abends deswegen alle bitte gemeinsam folgen leute ich komme live es werden über schöne dinge gesprochen abu malek du bist jederzeit hier herzlich eingeladen und ähm genau ja oder habibi dankeschön gottes segen an alle und ciao meine lieben ciao ciao abone ol